Nee, ich sag schon hier live. Ja, wir sind schon live. Shame on them. Shame on euch alle. Shame on euch alle. So, jetzt kann ich auch erstmal die Leute begrüßen. Alle beiden Zuschauer, nein. So, ja, heute mal in einer anderen Runde. Wir sind jetzt heute mal im Asterbüro. Genau, anderes Publikum. Nee, aber andere Leute, wollt ihr euch mal ganz kurz vorstellen? Nein. Okay, gut, dann gehen wir gleich weiter. Also, wir werden jetzt mal, wir spielen heute City Skylines, also was heißt wir spielen? Flyke spielt. Die da hinten. Flyke spielt und wir machen dumme Kommentare. Genau, heute Abend schätzt sie an den Kamerasettings eher. Gut, dann können wir nochmal direkt anfangen. Spiel mit vorstellen. Nee, ihr wollt euch nicht vorstellen. Eben. Ich kann nur das Spiel vorstellen. Ach, das Spiel, ja genau, das ist Spiel vorstellen. Ah ja, das ist live. Jetzt kannst du direkt aufs Spiel. Ja, wir gehen aufs Spiel, ne? Ja. Ja, sehr schön. Ja, also, wir spielen, oder ich spiele. Also, wir sind jetzt live. Ja, das werden wir auch angezeigt. Ja, also, ich mach's grad mal an und ich höre uns. Oh, ich höre, ah, wir haben Echo gerade drin, warum auch immer. Das Desktop-Audio, das kann sein, dass wir da noch was drin haben. Muss ich da ja noch auf dem Multi-Bord drin. Äh, muss man recht klick drauf machen, dann machen wir. Gehst du mal kurz mal wieder aufs Vollbild? Geh mal. Aufs Vollbild, bitte. Ah, ich weiß auch warum, ne, 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 ist gar nicht. Genau, damit wir einfach nur kurz dann bis BN. Ja, genau. Einstellungen, es kann eben sein, dass das falsche Audio-Dingungen genommen wird. Eingang, Logometric Audio. Ah, das kann sein, dass es hier noch, genau, hier unten drin ist. Ne, aber wenn wir reden, mit dürft's. Ah, doch, kann's sein, dass ihr die Web-Monitor-Anhalt. Ja, das wollte ich grad mal gucken. Audio-Eigenschaften, Monitor aus, 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 aus. Aber irgendwo haben wir noch einen Wohnen. Echt? Ja, das sind ja wir, aber es kann sein, dass wir vielleicht, zu viele Mikrofone haben und sich einfach... Ja, aber bei mir auf meinem Handy läuft live. Ich weiß nicht, was du machst. Oh Gott, eben lief's nice, Leute, was stellen wir einfach mal auf dem Bildschirm? Das ist, weil das nicht live ist. Man, irgendwie, schnauert. Wir haben live-Anzug. Äh, live. Warte, jetzt will ich wissen, wie lange das braucht, wenn du so meine Anführungszeichen geliebt. Ich fahr' nicht, aber kann sein, dass es vielleicht bei 10, 11 Sekunden haben wir ja alles. Ja, ich wollte nur da mal gucken, bei Audio-Eigenschaften. Nee, jetzt auch mal. Ah, jetzt muss ich das am Hauptbildschirm auch noch machen. Jetzt passt man den Ton. Ja, jetzt. Jetzt ist... Nein, also, nein. Das Problem ist, dass wir gerade eine Rückkopplung haben und ich glaube, dass es hier ist, dass es bei den Audio-Eigenschaften... Guckt doch, ihr keine Ahnung, ja. Ja, ja, Sound-Einstellung öffnen. Philipp, vielleicht gib hier deinen Text ein. Äh, da gibt es, äh, da... Geben wir weiter runter. Ja. So, genau, und hier läuft eben noch das Mikrofon. Das heißt, wir haben immer da... Äh, 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 Ding. Äh, äh, ne, ne. Der Mikrofon ist doch das Lecker, das ist schon richtig so. Ja, aber hier wird es nochmal dann extra benutzt. Das muss ich dann quasi, wenn ich das im OBS hab, muss ich das... Nee, nee, nee. Aber bei Audio-Eigenschaften, warte, lass mal. Geben wir die Audio-Eigenschaften? Doch, auch Audio-Eigenschaften. Und dann kann ich hier Standard nehmen. Okay? Genau, und jetzt müsste es funktionieren, weil es... Sonst hat es nämlich... Nein, 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 nein. Ich glaube, es ist das nicht. Ähm... Ja, live ist das nicht, habe ich jetzt gerade erst bekommen. Ich habe so eine Übersetzung. Oh Gott, das heißt, das nehme ich gerade im Atem. Ja, ja. Ich bin halt, oh, was ist da drin? Ich glaube nicht, doch. Ähm... So viel zu 11 Sekunden. Abhören, ist das an? Nein. Vielen Dank. Okay, ja, nee, hat es immer noch nicht. Weil es immer noch wiedergibt, aber eigentlich darfst du es nicht wiedergeben. Ich meine, aber das ist sowieso das generelle Input. Wir können ja mal gucken. Wir können ja mal schauen, wenn wir hier mal... Aber wir über das letzte Mal kriegen wir das gar nicht. Äh... Ah, hier, guck mal. Zweimal. Ah, vielleicht deshalb. Ja, das sollte passen. Gut, dann. Gut, dass wir es auch extra groß gezogen haben, wieder, damit ich auch alle Audiospuren sehen kann. Sollen wir dann den Screen gerade noch mal starten, dann haben wir es nämlich einen guten, mit einem guten Audio dann. Und wo es einfach ihr nicht zwischenreinredet, während man es vorstellt. Hey. Sollen wir dann noch mal neu starten? Also ich sage das sowieso an der Seriosität dieses... Was? An unserer Seriosität? Hallo? Bitteschön, deine Maus. Und dann darfst du so nochmal den... Bitteschön, deine Maus. Ne, ich brauche dir, glaube ich, jetzt nicht mehr, du kannst jetzt aber schon mal ein Spiel wieder starten. Die Frage ist, dass der eine Zuschauer... Ja, ne, den Stream nochmal starten. Die Frage ist, dass der eine Zuschauer jetzt du? Ich bin der eine Zuschauer, ja. Willst du den Stream nochmal neu starten? Ähm, nur damit wir einmal mit gutem Audio dann haben. So, hallo, ja, nach Versuch Nummer zwei, nachdem wir jetzt endlich mal nahezu alle Probleme gelöst haben, aber drei davon sitzen immer noch mit mir auf dem Sofa. Ah, hallo, das ist mir immer wieder... Das macht keinen Sinn, ist aber so. Ach so, ja, das kann man auch nebenbei machen dann. Genau, wie wir sehen, alle Probleme sind noch nicht gelöst, aber wir arbeiten dran. So, wo war das? Ja, komm. Genau, das passt schon, passt schon. Du kannst doch einfach C drücken. Einfach... Wenn du nicht in den Lied bist, wahrscheinlich. Ah, es funktioniert doch alles. Heute, am Chat, dann wieder noch an der Überwachung, Sie, zum ersten Mal dabei, möchtest du dich vorstellen? Hi. Danke. Hi. Heute, wie ihr ja schon gesehen habt, Flyke spielt City Skylights, wir machen dumme Kommentare. Das ist Flyke und wir machen dumme Kommentare. Genau. Wunderbar. Möchtest du dich noch vorstellen? Er ist nämlich heute an der Kamera und noch an den anderen Sachen. Ja, ich gehe einfach mal rum. Ja, du, er ist der Mann mit den Knöpfen. Der Mann mit den Knöpfen. Ja, der nennt sie richtig. Aber ich bin schön zentriert, ich bin eine schöne Drehachse. Und man muss sagen, das Bild... Also, ja, ich bin, also, ich finde mich wunderschön. Oha. So. Äh, genau. Was? Ich wusste gar nicht, dass wir Kotze einfach brauchen. Ja. Ich musste nochmal hier kurz zum Gebrachen. Aber der Mann mit den Knöpfen, der ist viel zu leise erstmal. Der Mann mit den Knöpfen ist viel zu leise. Wie bitte? Gut, alles gut, alles gut. Alles gut, ja. Du kannst ja schon mal das Spiel starten. Das dauert eh noch, bis es lädt. Ja, das dauert eh noch drei Jahre. Äh, sollen wir erstmal mit dem neuen Spiel starten? Um das Spiel mal den Leuten zu erklären. Was? Äh, was für das Geile überhaupt ist. Und dann kannst du nämlich schon mal... Also, übers Neue auf... Wollen wir ins Spiel? Ja. Geh mal ins Spiel. So. So. Ein neues Spiel tut weh, ich weiß. Ja, das tut sehr weh. Vor allem, wenn es ein Letztesign ist. Ähm. Ja, nehmen wir hier mal einen schwarzen Wald. Das passt so schön. Ah, da ist noch viel zu viel Waffe. Das Pumpen ab. Ne. Ha. Was kriegen wir hin? Wir haben einfach die Goodie da rein. Mhm. Ja, wir ziehen einfach den Stips. Ja. Ja. Wir haben nur genug Punktwerke. Kriegen wir das schon weg? Oder man... Pumpwerk, 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 Pumpwerk. Und dann baut man den Park so, dass alle Leute drin sterben. Oder... War das nicht so? Kann man irgendwie Wetter beeinflussen? Das wäre geil. Ja, man kann... Was? Man kann Naturkatastrophen hervorbeschwören. Kannst du so viel Industrie machen, dass es Klimaerlärmung gibt und das Wasser einfach weg geht voneinander? Sehr geil. Ne, ich glaub das geht noch nicht. Also nicht im Echt, aber im Stil. Beschämt. Da können wir den gewissen Leuten da oben mal zeigen, was passiert. Kommt der Simulatisier. Ja, also ich find... City Skylines wird wahrscheinlich die Beste... Ähm... Wird einfach das Beste sein, dann zum Simulieren. Ich glaub das... Da haben die Wissenschaftler dran gearbeitet. Ja, aber... Ja, auf jeden Fall. Da glaubst du. Was? Nee, da glaubst du ja nicht. Trump sollte es garantiert glauben. Ach so. Ja du, wenn es im Spiel ist... Ja, stimmt. Der braucht kein Spiel, der postet auch so schon. Ich frag mich halt auch, ob das einfach Bot-Kommentare sind. Wir sind keine... Von Trump? Ja, warum nicht? Weil sie haben einfach einen Bot programmiert. Hast du Trump jemals live gesehen? Ich nicht. Ich hab ihm noch nicht die Hand gegeben folgt. Es kann doch einfach sein, dass alles Filmaufnahmen gefälschen sind. Wenn Leute die Mondlandung fälschen können, dann können die doch einfach fucking mal Trump fälschen. Es gibt gar kein Amerika. Da hatten wir es erst gestern von auf nem Dreh, dass Leute, die das intensiv untersucht haben, zur Ansicht gekommen sind, dass die Mondlandung nicht gefakt ist. Ach was? Sag doch solche Sachen nicht! Stell es sich vor! Habt ihr schon die neueste erkennt? Das gehört ihr, die Erde ist rund. Ach nein! Alter, erzähl doch nix. Du kannst glaub ich noch mal Vollbild schalten, bis das Ding geladen hat. Du warst genauso interessiert gestern. Ja, das braucht man wahrscheinlich eh die Uhrzeichen. So. Okay. Es lädt immer noch. Es lädt immer noch. Ich will nicht, dass es lädt. Denn wenn es lädt, dann muss man immer so lange warten. Guck mal, ich kann den Sinn des Streams wegnehmen, indem ich über Fleck wegmach. Voll. Das heißt nur noch, wir machen doppel Kommentar. Aber meins. Ja, damit wenigstens ein Teil von dir wird immer da. Diese wunderbaren Sticker auf dem Website. Selber schuld. Niemand hat gesagt, dass du den Ding sind. Ich frag mich, kann ich auch eigentlich vom Handy aus? Nein, ich kann vom Handy glaub ich auch noch keine Sachen zuspammen, oder? Wenn ich jetzt auf YouTube kommentiere unter Flikes Namen. Das unterlässt du bitte. Das ist dein Laptop selber schuld. Wir haben es jetzt auf Video. Damit kann ich dich verklagen. Das machst du nicht. Wir haben es jetzt. Wir haben es auf Video. Nein, das stimmt. Ich mach es einfach ganz einfach. Ich lass dich einfach hier. Ich leg das hier mal woanders. Das Internet hat auf. Dann nimm mich den Hochbott. So, ich kann erst mal dann Werbung machen bei meinen Freunden. Sag mal, lädt es still oder dass es abgestürzt ist. Das lädt noch. Aber der blaue Pfeilkreis, der stört mich da ein bisschen. Also liebe Zuschauer. Ah, nee, der blaue Kreis, der weißt du, der Windows-Low. Ach, das ist das normale. Es musste aussehen, als ob es abgestürzt ist. Das ist einfach nicht City Skyline. Aber darf nur dich einmal klicken, sonst ist es weg. Ja, das sind 1400 Objekte, dass das Ding in 25 Gigabyte RAM reinhaut und dann hochlädt. Aber das ist ja jetzt nicht alles gleichzeitig RAM, sondern das ist ja jetzt ein neues Spiel, dachte ich. Naja, also das wird ja trotzdem geladen. Du im Moment ein geladen werden. Peinlich geschweigen. Ihr seid peinlich. Ich muss jetzt erstmal hier gucken, dass auch Leute in meinen Chat kommen. Also ich muss kurz seine Bots aktivieren, meinte ich damit. Ja, schick erstmal allen Menschen. Also alle mit Google-Mail-Adresse? Ja, natürlich. Juli... Punkt Google-Mail. Genau. Das kann doch nicht sein. Wie haben Sie es so nötig? Ja, natürlich haben wir es so nötig. Weil mit der Ladezeit, ich glaube immer noch, dass es abgeschmiert ist. Ach! Jetzt! Man muss es noch einmal sagen, dass es abgeschmiert ist. Endlich. Endlich. Wie Sie sehen, sehen Sie Wasser. Also es zieht nach... Und es läuft viel flüssiger, als vorher das letzte Sein. Ja, das ist nicht verwunderlich. Dass noch gar nichts dran ist. Und dass hier null gemoddet ist. Du bist null gemoddet. Ja, das... Machst du immer noch du Witzwitze? Natürlich. Ich mach auch noch deine Mutterwitze. In 2019 machst du immer noch deine Mutterwitze. Deine Mutter macht 2019 noch deine Mutterwitze. Ja, deine Mutter... Weißt du, da gibt es halt einfach so viel Witzpotenzial. Das ist auch noch in 1000 Jahren nicht ausgeschöpft. Guck mal, der Akku ist leer da hinten. Oh, shame. Ja, das kann sein, weil einer ist mir nämlich... Aber ich glaube, das Licht passt dir immer noch. So... Also ich finde, das Licht passt dir immer noch. So... Während ihr hier so blöd rumquatscht, wie ihr es angespündigt habt... Ich habe schon gesagt, das steht doch im Stream drin. Du willst wirklich deine Straße hinbauen. Vor allem erstmal... Erstmal einen Kreis machen. Ja, natürlich. Ähm... Kennt ihr noch... Kommt ihr in unsere Stadt? Wir können nur wieder rausfahren. Erstmal die Natur zerstören. Ja, natürlich. Erstmal die Natur zerstören. Also... Grundsätzlich geht es in dem Spiel darum, wer hätte es gedacht, eine Stadt aufzubauen. Ach nein. Du wolltest Soundbots machen mit Applaus und so. Gibt's da auch einen Zoo? Oh, Alex ist schon drin. Alex ist schon da. Guckst du auch mal, dass der Chat läuft? Da ist grad gar nicht. Also bei mir... Alex ist schon da. Also das kommt jetzt leicht zu spät. Merkst du auch, oder? Mein Soundbots musst du erstmal laden. Merkst du was? Merkst du was? Ah shit, ich habe irgendwas gemacht. Ja. Schau wieder... Frauen und Technik. Ich wollte grad mal sagen, you had one job Chatüberwachung. Aber das macht nichts. Wir können immerhin sagen, sie hat einen Bachelor of Arts. Ich habe einen Bachelor of Arts. Oh, wir haben... Ja, ja, auf Art. Das hat mit Technik nichts zu tun. Ja, aber ich habe einen Bachelor. Warte erstmal du. Ja, ich muss tatsächlich noch... Ja, hast du schon korrigierte Note zurück, oder was? Nein. Ja, also, siehst du? Aber die ist so fabulos. Ich gehe fabulos. Die kann nicht durchfallen. Ich habe... Guck mal. Ich poste und direkt erstmal... Hä? Mein Gott. Nein, das sind wir alle. Das sind nur... Registream, registream. Ja, das ist nur, damit du siehst, welche Chats dann da sind. Okay. So. Ja, was machst du da? Es funktioniert auf jeden Fall, dass wir unsere eigenen Nachrichten sehen. Also, entweder hat noch keiner was geschrieben... Hauptsächlich fasziniert von Matthias, wie er mit einem Punkt und ohne Komma reden kann. Ja, ne? Als ob ich hyperaktiv wäre oder sowas dann. Also... Sag nochmal... Das sagen normalste Leute von mir. So. Grundsätzlich geht es in dem Spiel darum, eine Stadt zu bauen. Äh... Häuschen, Gewerbe, Industrie... Ja, ich weiß. Gewerbe! Kann man einen Puff bauen? Den kann man rein modden, ja. Sehr gut. Also... Also die wichtigen Sachen sind schon mal da. Puff und Toiletten? Wieso geht die Straße bis zum Wasser auf der Scheiße? Hä? Ist das nicht ein Kink in dem Bordell? Also, ich möchte auch gerne mal außerhalb eines Bordells auf Klo gehen können. Aber... Ich weiß, du bist da anders. Du, also es gibt da so viele Fetische, na? Die kann man alle... Ich wollte es gerade... Es geil ist, wenn ich mal... Ich sehe es nur gerade... Wenn ich gerade bei YouTube auf Teilen gehe, ist das dritte, was angezeigt wird, Google Plus. Das ist nicht irgendwo sehr lustig. Was? Google Plus? Ist das immer noch überall? Was gibt's noch? Ist das nicht abgeschaltet? Also ich hab wirklich gedacht, es ist abgeschaltet. Wurde doch jetzt abgeschaltet. Oder wir jetzt noch abgeschaltet. Oder... Eins von beiden. Demnächst... Und ich hab auch noch eine Box da hinten liegen, die kannst du einfach dann... Was machst du von Anfang an alles? Und es ist auch komisch durchs Spiel zu laufen. Vor allem hast du die schlechtesten Positionen dafür. Ja. 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 Ach, gibt's sogar ein Zoo-Aquarium. Uh, kann man da auch... Kann man da auch... Kann man da auch Finguinen und Eisbären in ein Gehege machen? Ja. Oh. Das war... Warum nicht? Gibt's doch Atomkraftwerke? Ja. Kann man die auch kaputt machen mit... Mit Wasser. Ja. Also man kann... Also man könnte quasi die Welt... Ja, was wir heute machen. Wie lange hast du denn an einem anderen Spielstand schon gesessen? Ich glaub 400 Stunden. Ich glaub 400 Stunden. An einem Spielstand? Ja. Wie viel Platz? Also das letzte... Das Safe-Game sind 400 Stunden, ja. Meinst du nicht so ein paar kleine Naturkatastrophen? Wir könnten ein extra Safe-Game machen dafür. Dann bin ich da durchaus gewählt, weil mit dem anderen mach ich jetzt wieder weiter mit dem Letzt-Design. Dass ich dann natürlich auch wieder schön aufnehme. Sechs Stunden lang und runterschneid auf 40-50 Minuten, damit ich wieder irgendwas zu verlabern kann. Nämlich danach Proton. Ja. Mir fällt gar kein guter Konter ein auf, ohne mich, ich geh arbeiten. Andere nennen es, aber... War das grad im Chat drin oder was? Ja. Erst die Kommentare von Tuna-Head. Hallo Tuna-Head. Dann geh halt arbeiten. Fisch. Wow. Aber es ist halt schon schlimm, dass halt... Weißt du, dass er... ...denkt, dass es so schlimm wird. So. Hast du jetzt grad ein Bülpzeug gemacht? Nein, das hieß Burn. Burn. Ja, Burn. Aber es war kein guter Burn. Das kannst du machen, wenn es wirklich... Ja, sorry. Ich arbeite noch dran. Kannst du das bitte wieder zurückziehen? Ich arbeite noch dran. Ich distanziere mich von diesen Burn. Er hat mir den Chat gegeben. Sei mal voll. Das heißt ja nicht, dass ich mich von irgendwelchen Sachen nicht distanzieren kann. Was hast du jetzt eigentlich gemacht? Unter anderem ne Feitsche angehört. Ähm. So. Wir haben... Ich hab jetzt erstmal hier Wohngebiete zugewiesen. Eine Straße dazu gebaut. Hier Gewerbe. Das Gelbe ist Musik. Dazu. Hier vorne gibt's so ne ganz moderne Windturbine mit Solar und Wasser und Wasser. Das ist total toll. Du bist zauberhaft. Du bist zauberhaft. Ein wunderbarer Wasserturm, der mir Wasser liefert. Nein. Sag doch bloß. Nein, doch. Nein, doch. Ähm. Wie ist denn das eigentlich mit Abwasser? Ich hab mal gehört... Ja, ja, genau. Abwasser ist ein gutes Stichwort. Wir graben eine Grobe und kippen es rein. Mal, Yoshi, sieht man das gerade überhaupt? Man kann jetzt natürlich die... Was denn? Das Spiel. Natürlich. Ja, natürlich. Ja, sorry. Man kann jetzt natürlich die besonders umweltschonende Variante nehmen, wo das Abwasser einfach in die Lagune kippen. Also, das hätt ich jetzt gemacht. Bitte, bitte mach... Können wir nicht einfach ein Loch buddeln und alles reingießen? Ja, können wir auch machen. Ach, das ist super. Können wir das machen? Ja. Ja, wir wollen... Natürlich. Das ist ein Schei... Können wir... Können wir einen Turm bauen? Auf den Turm. Einen Turm nehmen den Berg und dann... Und dann das Ding oben drauf und das dann in den Turm kippen. Oh. Können wir nicht einen Wasserhub... So einen Turm machen für Abwasser? Nein. So wie so ein... So wie so ein Silo-Ding in... In... Können wir einen Berg machen und den oben drauf stellen, dass es schön runter läuft und dann einen schönen Fluss... aus... aus... Kot. Irgendwie... Ja. Sagen wir es doch, wie es ist. Okay, ich hab nur Frage. Wenn du das Abwasser in die Lagune kippst, hast du halt irgendwann mutierte Fische? Nein. Oh... Was kann das spielen? Aber das Lustige ist ja, ich hab doch gehört, dass du mit der Wasserrichtung... Das heißt, wenn du das Abwasser vor dem Wasser hin baust, dann fließt das Abwasser ins Wasser rein wieder. Ja. Und das geht? Ja, das geht. Das heißt, du kannst den Leuten wieder das eigene Bracke-Wasser trinken lassen. Ja, genau. Das geht jetzt aber noch nicht, weil wir unten noch alle... Ja, wir... Wir filtern... Lass uns jetzt einfach mal ungefiltert da reinlaufen. Hashtag nur Filter. Hashtag nur Filter. Hashtag nur Filter? Wir machen das Ganze jetzt mal ganz anders. So, so... Hier, 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 hier. Acht Millionen... Ah, wo sind wir hier? Tag-Nacht-Zyklus aus. So. So, jetzt hab ich es mal weitergesucht. Und gab schon Nachrichten. Äh, noch nicht, deswegen posten wir uns auf Facebook. Mal zum Gucken. So. Ich lege, ich schmeiß dich mal so zu deinem Facebook raus. Was? Ja, sonst kann ich nicht posten. Du kannst doch auch auf seinem Facebook das posten dann. Ja, nein, dann killt er mich wieder. Da. Warte, sieht man das da? Also, das ist schon belegt. Ne, sieht man nicht. Was? Auf dem Laptop. Achso, ja, das Passwort eigentlich. Ne, sieht man nicht. Das wär ein bisschen zerd. Aber wie das, man kann mittlerweile anhand der Töne der Tasten rausfinden, welche Taste gedrückt wird. Ja, ja, da gibt's AIs. Ja, ja, ja. Deswegen gibt's ja auch extra immer... Ich bin kein Emi Behler hier. Ja. Ich ja auch nicht mehr. Du was? Gott, also doch schlimmer? Ach du... Also, ich habe diese... Du müsstest das eigentlich alles wissen. Da gibt's doch jetzt noch ein extra neues Fachführer, ne? Ich... Bei den Emi zum Worn. Was denn? Streaming. Krass. Ja, 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 ja. Ah, stimmt, die sind ja ganz verpasst. Ja, genau. Ja, das ist aber... Das ist ja ein Wahlpflichtmodul von Herr Hotton. Das... Ne, das ist Pflicht. Ah, nein, das Wahlpflicht. Ne, das ist das, was... Ne, das ist das, was... Streaming anwendet. Streaming anwendungen, das ist kein Pflicht bei uns. Ah, stimmt, das wollte ich noch, aber ich habe keine Zeit mehr. Ja. Aber das ist... Ähm, ja, da... Also... Es ist halt noch im Aufbau des Fach. Man ist ja live, man darf ja nicht zu viel sagen. Live, ich verlinke dich mal, gell? Ich kann's ja auch nur aus zweiter Hand sagen. Du kriegst... wirst du grad angerufen? Nein. Du kannst sogar auf YouTube verlinken. Da heißt ich sogar genau gleich wie auf, äh, Dings, äh, äh... Twitch. Noch nicht Twitch. Du hast kein Twitch? Doch, ich hab bestimmt Twitch. Irgendwann mal angelegt. Ah, doch, ja. Für Rollercoaster Taycone 2... Was nützst du nur normalerweise statt Twitch? Echt? YouTube? Nein. Oh mein Gott. Was hab ich gemacht? Nein, ich nutze nur nur YouTube. Wir haben tatsächlich, äh, wir haben tatsächlich mal, äh, letzt die Qualität verglichen zwischen den Streams, zwischen YouTube und, äh, Twitch. Twitch war deutlich besser. Ja. Weil die haben halt einen neuen Algorithmus, also einen besseren Algorithmus. Also einen besseren Algorithmus. Deutlich besser. Man muss nur sagen, dass bei Twitch öfters mal der Ton ein bisschen... Der ist halt nicht so gut. Aber das ist, das ist sowas, was keiner drauf achtet, glaub ich. Bei denen. Das wäre so auch minimale Unterschiede. Also... Es wäre übrigens möglich, dass hier der Ton noch dazu kommt. Ach so, ja. Egh! Ehh, wir haben einen kleinen Weiler, weih! Boöööie, und... Yes! Ein kleiner Weiler, aber das ist... Im Grunde ist das schon mein ganzes Dorf, wo ich großgebrochen bin. Wir brauchen Wasser, Wasser... Ja, lass dich doch halt verdursten, ey. Was passiert denn, wenn du denen kein Wasser gibt? Dann hauen sie ab. Ja siehst du mal. Also passiert doch nichts. Oh! Ja du, das ist wie im Rheinland by you zur Hospital. etingögert zu этой Faustingout. Du hast gerade was zu Facebook geschrieben, kann das sein? Na, ich hab dich gerade verlinkt. Du hast mich verlinkt. Ja, und dich auch. Oh Gott! Was? Du, das ist wie im Rheinland. Wenn da Wasser fehlt oder zu viel ist, werden die Häuser weg. Ach! Oder an der Donau oder an der Oder. Sag mal bei Fischerbach-Deggendorf nach. Also ich glaube, die können da ein Liedchen davon singen. Wäre ja schön. Übrigens, die einzigen Kommentare sind immer noch. Ohne mich, ich gehe arbeiten. Und jetzt haben wir einen Zuschauer weniger. Komm, mach du den Mund auf. Das heißt, wir könnten uns jetzt nackt ausziehen und irgendwas tun. Also wenn du dich nackt ausziehst, bin ich weg. Erfolg! War das nicht das? Also ich weiß, da können wir den Ricking. Da können wir doch noch unseren Porno-Livestream machen. Okay. Ist doch ab 18. Ab 18 sind wir doch schon geschalten. Aber da müssen wir halt auch Pornhub, oder? Shit, ich bin das einzige Mädchen. Ja. Aber ich sag mal Loch ist Loch. Waffa Ganglabs. Ich mach Kamera. Und bei YouTube geht schon mal die Monitorisierung weg. Aber zum Glück guckt uns keiner und meldet uns niemand. Ist immer das Beste. Also sie hat Wasser dabei. Das heißt, sie kann sich wieder drihren. Nach der Deviteration. Der Schock der Porno-Produktion war mir einfach zu groß. Da wusste ich was. Ja. Ist das sexistisch? Nein. Also für mich sieht es jetzt schon sehr amerikanisch aus, was du baust. Ja ist natürlich auch Amerika. Natürlich. Du baust jetzt ganz amerikanisch aus. Du baust jetzt ganz amerikanisch aus. Hast du gerade Donald Trumps? Wie viele Quadratmeter? Also definitiv ist ja keine Schule da. Keine, keine, keine Uni. Du gehst das ab Wasser einfach ins. Genau. Also ich hätte eher gesagt, dass Amerika ist, weil es kein Bus fährt. Aber, aber, dieser Teil ist Kalifornien. Weil hier dritt ein Minerat. Aber ja, mir fehlen noch Busse. Also in Amerika, dass es Busse gibt, aber jetzt die nur Langstrecken oder gar nicht fahren. Ah, wir haben jetzt endlich tausend. Ein winziger Weiler. Ja, es gibt dann ne Kleinstadt. Ach ne Kleinstadt. Die winzige Kleinstadt oder so. So, jetzt können wir auch hier endlich, ähm... Was'n das? Ah, jetzt können wir endlich Titten bauen. Ach, können wir jetzt endlich unser Haftwasser? Wir können jetzt Hügel setzen. Ja, wir können jetzt Hügel setzen. Meint doch Titten bauen. So. Erklär mir mal den Unterschied. Titten bauen? So macht es Gott auch. Echt? Ja. Natürlich. Ich hab ihn mal gefragt. Der wohnt hier irgendwo. Ganz sicher. Ja, der wohnt da irgendwo hinten in so einem fallenden Haus. Hat er mir erzählt. Du meinst Gottlieb? Nee, der heißt Gott. Hat er gesagt. Also ich glaub eher, der heißt Gottlieb. Nicht Timeler. Das sieht richtig scheiße aus. Ja eben. Fast machst du da. Ich hab ja gesagt, das muss gut aussehen. Das mit einem gut aussehen ist im anderen. Kannst du auch ne Gitarre bauen? Kann ich. Mach mal. Warum war das dein erster Gedanke? Also nein, kann ich nicht. Sonst würde ich es erbauen. Nein, ich meinte etwas, was außen spielt. Eine Gitarre. Kann ich ein Sternchen bauen? Oh, schön. Kannst wirklich Sternchen bauen. War das doch easy? Perfekt. Warum nicht gleich so? Gleich Super Mario World. Ja, also. Oh, da geht doch ein Smiley. Mach mal den Smiley. Und vor allem, warum ist der so schlecht gezeichnet? Den wird nicht sogar besser hinbekommen. Wieso hat der eine Nase? Ey, das sieht ja richtig geil creepy aus. Und jetzt musst du zwei Häuser in die Augen bauen. Ich find's schön. Mir gefällt's. Das ist so schön. Kannst du auch Inseln bauen? Ja. Kannst du auch sternförmige Inseln bauen? Star Island. Ach, weil wir unendlich Geld haben? Ja, ne. Nicht nur das, sondern. Weil der cheated. Ja, der cheated? Was? Sieht nicht so aus. Ne, wackelt aber noch. Ah. Seht ihr? Das ist ein Algorithmus. Nein, ein Algorithmus. Nein, ein Algorithmus. Diese Schweine. So, jetzt haben wir alles beigetragen. Dann können wir auch drüber hin. Ich frag mich, wenn ich das offen hast und du das offen hast und wir dann die beiden Zuschauer. Ich bin hab's nicht offen. Das ist eigentlich ziemlich gut anzunehmen. Das haben wir noch ein Zuschauer. Ja, siehste? Alex bestimmt. Du brauchst bis zum Rand in die Wasserquelle reingesetzt und wieder zugemacht. Hey Zuschauer. Ja, sonst würdest du runter fließen. Kannst du auch kommentieren? Ja, ja. Ich kann mit meinem Smartphone leider nicht kommentieren. Nicht du. Ich mein, der eine Zuschauer. Ohhhh. Hey, das hab ich tatsächlich noch nie gesehen. Ohhhh. Das ist aber süß. Ein Fuß von einem Rief. Ich wollte gerade ein Herz sagen, aber ja. Ich wollte gerade sagen, die Anarchie ist mit und wo. Oh, da war ein Fisch. Du hast einen Fisch gesehen? Das ist so ein Schlangenkopf. Ich wollte gerade sagen, wo siehst du den Ding ist. Hey, das ist Thaddeus, wenn er so Kübit hat. Ich hätte jetzt eher gedacht, das ist irgendwas aus Cthulhu von den Formen her, aber... Stranger Pink Staffel 2. Hab ich nicht geguckt. Da war der Schreck, äh Schrei. Das sind Steine. Ah, ja. Da. Du solltest einfach irgendwo einfach ein Haus hin machen. Kannst du bitte einfach irgendwo ein Haus hin machen? Nee. Irgendwo machst du einfach bitte ein Haus hin. Ich ist... Ist doch mir egal. Ein Haus einfach. Das Rathaus. Ja, aber es muss irgendwo mitten am Arsch der Welt sein und keine Straße haben. Mitten am Arsch der Welt. Ah, dann geht's gerade auch kaputt. Ja, ist mir doch egal. Ist ja nicht meine Welt. Kannst du einfach direkt an die Autobahn, passt schon. Ja, zwischen... So. Auf dem Smiley, auf dem Smiley Ding ins Oben raus. Immer hier in die Stadt reinsetzen. Ich muss ja erst an der Straße sein. Das ist so ein Stück. Wie langweilig. Kannst du die Straße nicht einfach irgendwo hin... Dass die nirgendwo hingeht machen? Kannst du's auf den... Nein, auf die Nase von dem Smiley. Auf die Nase von dem Smiley. Ja, ja. Jetzt mitten da... Nein, da drüben in den Wald rein. Genau. Hier mitten einfach in den Wald reinsetzen. So. Ja, so geht auch. Da sind irgendwie ein paar Bäumchen. So. Ja, es ist... Also... Ich find's schön. Also das... Der Baum, der muss jetzt nicht im Büro stehen. Ja. Also... Ja, kannst an Weihnachten schön schmecken. Ja. Mitten im Schwarzwald sind... Das muss nicht sein. Also ich find's sehr gut, dass es... Es ist jetzt... So ist auch wirklich Bauen mal mit Grün. Ja, eben. Mitten im Dings und so. Äh, grundsätzlich... Ja, das mach ich ja eigentlich so. Sie haben keinen Strom. Bauen überall da, wo ich... Und kein Wasser. Und kein Wasser. Und kein Wasser. Ich hab was geantwortet, aber es zeigt sie wieder nicht an. Warst du da grad ein Baum? Ich hab was geantwortet, aber es zeigt sie wieder nicht an. Aufs Dach gestellt. Ah, Alex hat sogar geschrieben. Hallo Alex. Ich würde gerne aufs Dach stellen. Ich hab was drunter geschrieben. Ja, dann schreib doch noch mal einfach. Mach doch noch mal. Nachher steht ja fünfmal... Ja, und? Schreib Hallo Alex. Nee, das funktioniert nicht. Ich sollte ja eigentlich mal... Oh, oh, oh. Krönlichkeit. Krönlichkeit. Verrückt. Ja? Na gut, wir sind ja in Amerika, ne? Ja, also... Also eigentlich alles... alles gut. Äh... Achso, ja. Das ist ja nur das Zeug von oben drin. Haben Sie die App einfach... Schön auf die Seite, dass die erstmal einmal außen rum... fahren müssen? Naja, es ist halt... Ne... Achso, das Zusatz, ja. Dann müssen wir ja in den Langenweg fahren. Hast du grad das Dealer-Haus gebaut, dass sie so viele Smileys hatten? Das funktioniert wirklich nicht. Äh, ja. Das nennt sich das Polizei-Haus. Ah, das Polizei-Haus. Das ist ein sehr guter Nickname für das. Ja. Weil da kannst du immer sagen, hey, ich bin grad bei Johnny wieder. Ich war grad kurz bei der Polizei und so, ne? Ja. Da sind die Jungs auch gewollt, die ich mal andere gespielt habe. Oh, cool. Da ist ein Fanny. Auf YouTube geht's noch. Wenn man da direkt kommentiert. Ist das nicht ein bisschen Schleichwerbung? Marketplace. Marketplace. Handy. SimCity. Nissan Leaf. Oder wie war das? Was gab's noch alles? Ikea. Vor allem, der war ja richtig geil. Die Lastwagen sind ja geil. Oieee. Ein bisschen Buddy? Nee. Ach, ja. Ach, ja. Läuft. Da ist noch ein vierter, oder? Da ist noch ein vierter Subway. Und die Deutsche Bank direkt neben der Fabrik. Ja, guck mal. Ah, ja, stimmt. Lass noch ein. Ja. Also, man muss ja auch sagen. Ein Taco. Und die Deutsche Posten. Wahnsinnig. Achso. Wir müssen mal gucken, wie viele Deutsche Postfilialen die haben. Die haben jetzt schon zwei. Das ist mehr als Trieberg und Druckwagen zusammen. Da haben wir die App dafür genommen, oder? Zwei. Ha? Trieberg hat keine. Trieberg hat keine und Druckwagen auch nicht. Druckwagen hat eine. Was? Das ist ja keine Deutsche Post Filiale. Boah. Das ist so ein Verschnitt. Ich will machen auch eine Post. Das ist... Also, ich hab da noch nie... Ich hab da noch... Ich hab da noch nie jemanden anderen gesehen, als Deutsche Post. Das ist jetzt... Ja, der Chat wird nicht angezeigt an mir gerade. Weil das ist ja... Das kriegt nur immer die neuen Nachrichten. Oh. Glaube ich. Du kannst aber auf YouTube gehen und dann einfach da den Chat angucken. Wenn es da nochmal ist. Nee. Das ist ein bisschen angestellt. Lego! Nee, aber von der Deutschen Post. Nee, aber von der Deutschen Post. Aber die Subways finde ich super. Ja, also... Wir brauchen mehr. Übrigens fährt unsere Polizei relativ ruhig in einem Mercedes-Fabrikat. Das erkennst du. Das weiß ich, weil ich's runtergeladen hab. Der Mini von Mr. Bean, natürlich. Das sind... Also, die Töne kommen, die uns aus Unkortuner gewohnt. Nee, nee, nee. Ich mein das, was von da hinten kommt. Diese Quietsche. Die Zwitscher. Das ist der Eichhörnchen. Ja, so. Das ist das Eichhörnchen hier drin. Das kommt aus dem Bildschirm. Ja, ja, das... Cool. Cool. Warte, warte, warte. Das machen wir mal lauter. Oh, okay. Ich kann mal auf dem Bildschirm lauter machen. Äh, nee, das ist nicht der Bildschirm, glaub ich. Das ist... Der hier wahrscheinlich. Das ist vielleicht der. Das ist oben aus dem Beamer kommt das Zeug raus bei uns. Hä, was? Glaub ich, oder? Nee. Ich hör das doch ganz klar von rechts. Okay, ja, irgendwo... Also, ich hör das auch eigentlich von rechts. Aber ich dachte eigentlich, weil der Bildschirm hat keine Boxen drin. Ach so, der hier. Das war ein Fan. Der hat keine... Aber der hat Boxen. Guck mal, der hat Boxen. Daran liegt. Der hat... Der hier ist. Oder der... Er hat Boxen, oder? Ja, da kommt's los. Ja. So, wir wollen. Wir wollen. Wir wollen. Wir wollen. Ähm. Was war die Umweltschirm? Oh, ich war der Umweltschirm. Ich hab... Ich hab... Ich wollte... Ich wollte das Abwasser direkt wieder ins Frischwascher leiten, damit die... äh, damit es gleich wieder recycelt wird. Ja. Das ist so im Prinzip. Aber, äh... Du hast jetzt einen schönen Stern. Ah ja, genau. Ja, meine ich doch, aber keine Umweltschirm. Ja? Ich hab' nicht gesagt, dass es kein Stern... Ich hab' nicht gesagt, dass es kein Stern... Ja? Ich hab' nicht gesagt, dass es kein Stern... Ja? Ähm... Oh, der Schender. Oh, der Schender. Abzock. Abzock. Weil ich kann so... Abzock. Das ist was anderes. Dieser Schender ist ein anderer. Jetzt dreh' ich. Ah, Entschuldigung. Hey, das ist alles Weißkarton-Pringer. Nein. Also... Warum machst du keine... Du kannst keine Kingery nehmen. Was hast du gegen Kingery? Das ist so. Irgendwie das Fisch. Gell? Nur weil sie schwarz und weiß sind. Das ist einfach nur... Wunderschön. Wunderschön. Also... Jetzt liest du das Ganze auf Wasser rein. Boah, sehr schön. Geil. Juhu. Bin nicht schwer. Könntest du deinen Strom tatsächlich erzeugen, indem du eine Turbine unter... Staudamm? Ach, geil. Wir könnten auch einen Staudamm bauen, oder nicht? Ja. Aber warum denn? Das heißt, du kannst einen Kackstern machen, und dann einen Aufbruchstern, und dann einen Frischwasserstern. Das... Das hatte sich Gott einmal gedacht, wenn dahin die Menschheit einmal konzentriert. Das ist ja so. Jetzt kann ich jetzt wieder ein Staudamm. Ja, das ist... Das ist... Das gibt hier so einen Schwindel. Das ist doch blau, weil... Mit Wunderschön. Oh. Oh. Nein. Wer... Kannst du noch die andere löschen? Kannst doch. Oder ist das die? Ähm. Ah, das ist die. Ich dachte jetzt, bevor wir hier wieder zu Wasser stellen. Das ist ja. Oh. Bei den Fischen schlafen. What would he... Weiß ich nicht. Von ihm. Wirklich schämen. Ich fand's halt geil. Weißt du, du baust es nicht direkt hinten ein. Ein Meter Rohrometer mehr. Ein Rohrmeter. Ein Rohrmeter. Kannst du auch. Dann geh auch ran. Kannst du... Wenn man angerufen wird, muss man live rangehen. Kannst du ja einfach regeln. Kannst du ja einfach regeln. Kannst du ja einfach regeln? Ne. Kannst du tatsächlich... Ne. Ähm. Ich hab nicht mehr deine Nummer. Ne. Ne. Ne, du hast meine Nummer. Aber ich hab deine Nummer nicht. Ne. Dekor-Dekor-Dekor. Genau. Jetzt werde ich hier schon beim Livestream angebaggert. Was hast du eigentlich? Schon beim Livestream angebaggert. Was hast du eigentlich? Schon beim Livestream angebaggert. Oh. Oh. Ne. 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 Dann kann ich auch wieder runterdrehen. Man brauchst die Nummer dann... Tut mir leid. Tut mir leid. DsGVO. 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 Oh mein Gott. Ich hab aber nicht gesagt, wo er wohnt. Ne. Schande, wenn wir wüssten, dass wir in Puttmagen wohnen würden. Oh nein. Ich hätte jetzt eigentlich darauf gewartet, dass du es doch noch sagst. Ich weiß ja nicht mehr seine Adresse. Wir haben vier Zuschauer. Das sind zwei mehr als gerade eben noch. Hallo neue Zuschauer. Du weißt schon, dass du uns nicht mitzählen darfst, ne? Das nicht jeder von uns mit dem Handy im... Hallo. Nicht weil ich komm uns zu. Wir haben vier Zuschauer. Eine davon bin ich. Also wir haben drei Zuschauer. Dann haben wir noch drei Zuschauer. Welcher Alex? Können wir hier mal... Ne, Bus. Upsa. Ne, Robby. Manager, Verkehr, Cooker. Ich meine, das Ding ist ja jetzt schon ziemlich groß. Jetzt müssen wir fünf Zuschauer haben. Ne. Das wird ja noch eine ganz große Aufgabe, ne? Der Verkehr. Jetzt bin ich auch wieder raus. Also auf meinem Laptop kriege ich eine Stadt hin mit 200.000 Einwohnern. Ja. Und danach ist dein Laptop am Ende. Ne, ist mein Schuh. Das ist schon gut. Ja, gefühlt am Ende. Nein. Er macht einfach nicht mehr, weil ich dann noch im Schnitt fünf Frames die Sekunde habe. im Vanilla-Game ohne irgendwelchen großen Mods. Da ist aber dann so mehr oder weniger, könnte man sich diese Landzone komplett einmal zugebaut vorstellen. Das hier zugebaut, das hier zugebaut. Hier drüben alles zugebaut habe ich ungefähr 200.000 Einwohner. Das ist so das Maximale, was mein Laptop schafft. Es gibt Leute, die tatsächlich eine Million Einwohner schaffen. Dementsprechend groß ist die Karte dann von da hinten bis hier irgendwo überall zu gebaut. Haben die dann nicht unglaubliche Umweltprobleme? Ja. Haben sie. Ich habe das allerdings per Mods alles ausgemacht. Kannst du auch Tunnel bei uns machen? Der hat nicht mehr die Katastrophen an. Ich habe die Katastrophen ausgemacht, ich habe die Katastrophen ausgemacht, weil das in einem Letztdesign so ziemlich ein bisschen hinderlich ist, wenn du gerade eine schöne Stadt so... Ja, Herausforderung. Ja. So im Moment. So, so. Schön. Häuschen. Ein Häuschen. In Häuschen. In Häuschen. In Häuschen. Und Um Häuschen. Um Häuschen. Herum. Kannst du ein Haus in ein Haus stellen? Und dann bumm. Und dann kommt hier irgendwo so ein Tsunami rein. Ja, hau mal rein. Also gibt es schon... Ah, halt die... Ach, du hast es ausgeschaltet. Okay. Ja, ich kann sie aber künstlich auslösen, natürlich. Ja, dann können... Tsunami! Ich muss nur, dass ich die Menü finden. Kannst du vorher noch den Pool noch richtig schön auffüllen? Ich frage mal die Zuschauer, ob sie eine Naturkatastrophe wollen. Boah. Machst du am Stroppo bitte dann. Du musst ja nicht... Jana. Sie haben es schon gehört. Ich will es aber trotzdem nochmal schreiben. So. Spannend. Sonst bin ich so nutzlos hier. Du hast Abklingzeit? Ja, natürlich. Du kannst nicht fünf Stück aneinander machen. Ich bin mir auch nicht sicher, wie sie... Abklingzeit kannst du auch hier... Ja. Aber irgendwie kommt halt nichts. Ja, das dauert ja mal. Das dauert. Ah, also nicht so zufällig dann mal. Ich meine, wir sind schon auf dreifache Geschwindigkeit, ne? Ja, ja. Das ist am einfachen... Ich meine, wie lange... Ich glaube, ich weiß nicht, ob das im Inland so gut funktioniert. Es könnte sein, dass das irgendwie hier und deshalb funktioniert. Ah, das ist ein Tsunami. Das wird schon... Oh, da baut sich's auf. Ja. Ja. Aber der kommt halt nie nach oben. Jetzt bräuchten wir... Das ist ein perfektes Länger. Oh, jetzt kommt die Warnung, ne? Das... Ja, jetzt kommt hier... Ja, genau. Äh... Boat. Und dann werde ich auch direkt reingesucht. Kannst du auch, ähm... Ja, Moment. Ja, ist halt wie... Boom. Warum... Oh, jetzt haben wir einen Glitzerständchen. Was hast du da gerade gemacht, genau? Also da ist jetzt gerade ein Meteor rein. Oh, geil. Siehst du, da brennt auch alles. Und da kack kratzt Wasser... Und so. So, nun könnt ihr euch vorstellen, dass das ziemlich ungang genehm ist, wenn da... Mach mal mitten rein. Mach ich's doch schon. Ne, in die Stadt? Ne, in die Stadt. Ah, nein. Doch. Vielleicht hat er voll das Problem damit, so, dann... Ja, natürlich haben wir voll das Problem damit. Zivilbevölkerung. Ist doch lustig. Ja, genau. Menschen töten. Das ist immer lustig. Das ist ein Spiel. Das ist genau Blitzschlag. Das ist nicht mitten in die Stadt rein. Äh... Also so, oh mein Gott. Kein Wasser mehr? Also kein Abwasser? Kein Abwasser mehr. Du hast deine Abwasseranlage gesperrt. Die ist hier oben kaputt gegangen. Aber das Bild dran steht noch. Aber ja, genau. Ja, das Bild noch steht. Die Zuschauer sagen ja, okay. Ja, natürlich sagen die ja, okay. Da kommt doch noch... Ich freck's nicht, ey. Ich find's lustig. Ist das echt? Weil da müsste jetzt ein Meteor schlägt werden. Was? Ja... Irgendwas muss ich ja machen den Tag rüber. Was? Ich hab's nicht gesungen. Äh... Er hätte gerne Godzilla. Nee, hab ich nicht. Wie? Du hast nicht Godzilla? Nein, das haben die Macher von City Skylands. Boah... Gibt's noch irgendwas anderes sonst? Ich glaub, wir hatten jetzt schon... Das ist doch schön, so. Kannst du das auch nicht einfach in die Grube setzen und dann wird's selber aufgefüllt? Ja, dann schälzt sich aber das Gebäude irgendwann ab. Aha... Ja, also so intelligent wie dann schon oft. So... Ja, macht ja auch irgendwo Sinn. So, äh, schnell. Was hast denn du noch an Naturkatastrophen? Außer... Ich hab hier hinten noch irgendwo ein Tornado gesetzt. Und hier kommt noch irgendwo ein Meteor rein. Muss man einfach mal sagen. Das dauert halt so ein bisschen. Der... Der hat noch Lieferzeiten. Ja, also Naturkatastrophen. Ja, da kommt er. Ja, da kommt er. Ja. Hier sogar beide angezeigt direkt. Gutes Frühwahlsystem. Oh, Regen! Genau. So. 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 Geil. Haben wir überhaupt ne Feuerwehr? Nee, ja, haben wir. Ich hab vorher auch mal einige gesetzt. Okay. Äh, ist die Feuerwehr kaputt vom Meteor? Nee, nee, nee. So, und? Das wäre mega lustig. Oh, da kommt der Tornado. Oh, der sieht ja geil aus. Oh, der sieht ja richtig hübschlos. Oh, der sieht ja richtig hübschlos. Wow. Das ist ein ziemlich großer. Und jetzt ist das Windrad. Ne. Das steht nun. Ah, jetzt ist es weg. Und tschüss. Wieder auch vor, wieder auch vor. Ah, geht nicht. So, das witzige ist, mit Natural Disasters kamen hier diese ganzen Geschichten dazu. Oh, da ist eine Concorde. Ah, ich sehe schon, wir sind im Jahre 1900. So, so vieler. Genau. Äh, ja, alles möglich. Warum isst du überhaupt die Concorde? Weil ich sie reingemordert hab. Ah. Du kannst ja auch 100 Millionen Milliarden Objekte zuweisen oder runterladen aus dem C-Workshop und einfach mit dazu laden und dann gibt's da halt so lustige Sachen wie auch der Lego Laster, den ihr vorgesehen habt, der hier auch wieder vorbeifährt, den Groß oder der Milka. Ähm, Frage. Ja. Ja. Wenn wir jetzt Ton hätten. Ja. Würde das dann die ganze Zeit so Gefahrengeräusche machen? Ja, würde es. Geil. Moment. Das kriegen wir doch hin. Ja, aber ich hab es ja leise gemacht hier. Ja. Man kann ja auch einfach nur... Einmal kurz und dann wieder... Also, müsste... Ich weiß nicht, ob es jetzt ziemlich wieder kommt. Lass mal auf 50 Prozent. Wir sehen's ja dann. Du kannst ja hier einen Desktop Audio Reiser machen. Ja, genau. Das sehen wir dann auch noch dann. Ich weiß nicht, ob das hört, ob es tatsächlich lautstärkende Notfall sind. Könnt natürlich auch das sein. Da kommt dann irgendwo eine Stimme, die sagt... Eine Stimme, die mir sagt... ...und... 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 ...und die andere Größe, die ich nochmals in Spielen gesehen habe. Tatsächlich. Mhhh... Oh ja. Da geht's jetzt gerade richtig ab. Also... Geiler Schuss. Jo, das ist ein ziemlich großer. Normaler sind wir etwas kleiner. So... Ja. Ja... Also, das ist natürlich mit Design so ein bisschen, ne? Also, ich finde, das sieht schön aus, das Loch. Ja. Also... Ja, also... Ich würde sagen, falls das Sternen voll ist, haben wir da eine neue... Ja, also... Aber jetzt mal ganz ernst. Wir brauchen keine Feuerwehr. Der Tornado macht das. Ja? Das glaubt ja viel mehr Sinn. Tatsächlich hilft der Regen auch Feuer auszumachen, deswegen nähe ich hier oben auch die Bäume schon wieder aus. Fun fact, die wachsen alle wieder. Oh nein, aber ich finde das voll nicht lustig. Die werden nachher alle wieder durch. Das geht ja schnell. Während der Tornado noch wüstet, wachsen die Bäume schon wieder nach. Ja eben, das ist ein Lauf der Natur, gell? Das geht schnell. Kannst du eigentlich die Autobahn kaputt machen? Also kann es passieren, dass diese Autobahn kaputt geht? Es geht tatsächlich, dass man, also ihr habt am Anfang hier noch diese Kachel gesehen, es kann tatsächlich sein, dass hier blöd irgendwie in einer quer durchgeht und dann bist du weg. Ich finde es schön, dass wir 5 Minuten ein bisschen Aufbau und 20 Minuten zerstören. Hä? Spielt man nicht so aus SimCity? So genau, jetzt kann man das natürlich alles wieder heimachen, flicken. SimCity? Nee, das meine ich so SimCity früher, weißt du? Ach so, ganz, ganz früher. SimCity haben wir jetzt leider nicht installiert auf deinem PC. Ja. Ja. Weil mein würde das jetzt nicht, also am Anfang auch noch so flüssig laufen. Oh, was haben wir jetzt schon wieder? Ach ja. Ach. So, Wiederaufbau. Geht nicht. Geht nicht, weil ich habe keine Reconstruction Teams. Und warum auch, brauchst du auch nicht. Ja eben, also. Ich könnte ja neu bauen. Wir bauen das alles neu, wir sind umweltfreundlich. Die Katastrophenschutzeinheit. Die fliegt dann da raus und die fliegt dann wieder. Ich hätte hier noch Unker und sowas. Ja. Ja, mit einfach Disaster. Ich habe hier ein Weltaumradar und noch ein Wetterradar und so. Ne, ein Tsunami. Ach so, was macht der eigentlich ein Tsunami? Ach so, was macht der eigentlich ein Tsunami? Ach so. Der schon, das kommt der noch. Ich glaube der schon wieder weg. Ah, da sieht man noch die Reste. Siehst du das? Ah. Ach so, das ist doch so. Ah, guck mal, da ist er ja. Siehst du das? Der dürfte jetzt wahrscheinlich gleich. An die Brücke dann? Ne. Ne, der kam, ah siehst du hier. Der kam noch bis hier. Also der wurde durch diese Landmasse hier massiv. Oh, der bewegt sich dann noch, oder? Ja, der wurde massiv weggebrochen. Hier, deswegen ist das auch so rum. Aber bis da hoch, also bis zur Stadt. Schade. Ne? Also ja. Ich hätte gerne alle vernichtet. So. Also die sind sowieso mal, also kein Wasser, kein Strom, kein... Ja, aber ich hab die Nachfrage hier unten 50 erhöht. Das heißt, die... Ich mach mal keinen Unterschied. Die bleiben tatsächlich auch daran. Ja, das durfte ich gerne alle vernichtet. Ey, ey, ey. Also ihr seht schon, die Modding-Möglichkeit ist ziemlich hoch. Sie habt auch hier dementsprechend nur rote Autos. Über alle Rote Autos. Wie sie sehen, kann man durch das Modding nur rote Autos machen. Das ist ein sehr lustiger Bug. Echt. Das ist schön. Topschnitt A sagt, wenn kein Emotion mehr möglich ist, wünsche er sich einen riesigen Vulkan in der Stadt. Also das kriegen wir glaube ich hin. Aber wenn du einen riesigen Berg machst und einen Flammsetz? Ja. Aber wir können... Das ist kein Vulkan, aber... Das ist kein Vulkan, aber... Dann müssen wir halt immer Bäume nachbauen. Oder du stellst halt einen Berg hin und machst immer Meteorikopf. Was war jetzt? Oh, es brennt. Oh nein. Oh nein. Wir können natürlich auch noch Blitze machen. Dann haben die wenigstens wieder Strom. Die sollen ja nicht so... Und ein Loch im Boden. Ziemlich wichtig. Das Loch im Boden. Genau. Da kommt der Tsunami. Da kommt der Tsunami. Etwas zu spät. Ach, das ist der Tsunami. Ja, das ist jetzt der Restwasser, der so weg schwankt. Ich muss grad wieder das Mikrofon schocken. Ich bin schön, wenn wir das zerstören. So. Ihr seht jetzt natürlich... Ja, er ist auf unendlich Geld. Also... Er schwimmt auch weg. Geil. Das ist dann tatsächlich weg. Und die Leute, die sind dann auch verwührend. Ja, ich bin ja auch mal verwirrt, wenn ich da so... Aber wo steht denn mein Auto? Er ist verwirrt. Er weiß nicht, wo er hingeht. Aber er ist immer noch glücklich. Also ist verwirrt, aber glücklich. Mit Joriten und Tsunamis und alles. Oh, der wird weiter, oder? Verwirrt, aber glücklich. Ungebildeter, junger Erwachsener. So, die... Oh, der ist... Oh, der war aber traurig. Der hat jetzt zurückgespawnt. Ja, der war jetzt traurig. Das sammelt sich jetzt natürlich lustigerweise hier in Russland. Dann müssen wir's abpumpen. Dann ist wenigstens das Feuer gelöscht wieder. Ja, eben. Also... Ich weiß nicht, ob er da reinkommt. Oder ob er hier noch fließt. Vor allem sei einfach mal so aus dem Loch wieder. Oh, da kann der Blitzchen. Jetzt hat er doch wieder Strom. Ui... Ja, das ist keine kleinen Blitze, oder? Also hier... Oh, guck mal. Ich glaube, jetzt wird gelöscht, oder? Sag ich... Ich finde schön, wie man einfach alles gleichzeitig sagt. Kein Wasserflitze! Wasserflitze! Ah ja, da ist er in die... In die Leitung... Hier... In die Oberleitung rein. Die ist so... Oh, da kommt ein Erdbeben. Erdbeben. Oh... Okay. Die neue Gruppe. Kannst du ja... Irgendwo mal hin. Baufs irgendwo da ins Grüne rein. Also, Grundschule. Die Grundschule ist voll wichtig. Die Grundschule mitten in den Krater. Wie wärs damit? Ah, äh... Dafür, dass Flight spielt, gibt's unglaublich wenig Pakete. Endlich... Endlich haben wir jetzt. Äh... Endlich ein Loch. Endlich unser Loch. Ah! Das hat uns jetzt noch gefehlt. So, ihr seht natürlich hier das Wasserglitsch hier durch den... Ja, das. Das ist ein Loch für den Mittelpunkt der Erde. Das ist natürlich auch... Gold. Natürlich ein Fußlauf bauen, der in der Natur natürlich auch so irgendwie im Beruf schwappt, in so einer Karte, ist natürlich ein bisschen doof. Äh... Die macht die Bäche etwas... Wie soll ich das nennen? Unrealistisch. Schön auch, dass es immer weiter... Das fühlt sich gar nicht, oder? Ja, ja, doch. Das ist halt sehr tiefes Loch. Ach, ach, so. Wir haben hier auch nur... äh... Spinnfeld 1. Und ich hab gehofft, Hey, das war der Whirlpool. Ja? Ja, eben. Die sollte ich mal nicht so haben. Ihr seht hier, das hier ist alles komplett überschwemmt. Seht unser Rathaus doch? Stimmt. Das ist voll wichtig, hallo! Das steht hier, wo haben wir das? Ich glaub... Mitten im Wald, oder? Also wir haben das irgendwo neben der Straße. Ich glaub rechts irgendwo. Ja, rechts mehr. Dann... Das ist halt die große Breche. Hat er jetzt nicht gesagt. Hat er jetzt nicht gesagt. Da ist es doch. Ach ja. Sehr schön. Das blinkt auch schön, ne? Ja, eben. Also... Da ist auch noch die Welthalle, doch? Ja, jetzt. Eben. Ich finde es immer schön, dass jetzt eine Tsunamiwelle die Info kommt. Puh! Ja, zum Glück haben sie es dann gedacht. Ich hab nichts mitbekommen. Das war unser Löschdienst, hab ich gedacht. Eben. Ich dachte, es war die Feuerwehr, wo du vorher noch gesagt hast, dass wir noch eine hätten und doch keine da war. Doch, doch. Wir haben welche. Haben wir noch eine? Im Park. Also, wir haben ja jetzt hier den Schreiner Parking Lots und so. Ja. Sehr gut. Und Stahlsafit werden einfach Häuser abgerissen für Parkplätze. Die sind sogar überdacht. Solang es nicht der Subway ist. Alle rote Autos. Ja, warum sind die alle rot? Das ist voll seltsam. Vor allem im Spiel anfangen waren die noch nicht alle rot. Vielleicht, weil die alle sauer sind. Ah, vielleicht funktioniert das so. Genau. Ich finde es immer cool, dass auf dem Rollstuhlparkplatz so ein Trenkoller oder so ein Roller steht. Ja. Was war eigentlich? Guckst du bitte nach den Subways. Ah, die Polizei ist hier weg. Da war die Polizei. Die Feuerwehr lebt doch. Da haben wir Glück gehabt. Außer Betrieb. Panarchie. Ja, richtig. Geil. Und rote Autos. Echt seltsam. Kannst du bitte mal ganz kurz gucken, ob es den Subways noch gut geht. Dafür habe ich Angst. Ja, es sind alle vier noch da. Ein Glück. Wann haben wir denn vier Subways? Ja, wir haben vier Subways direkt nebeneinander. Die zwei deutschen Postenläden. Easy. Und die Deutsche Bank ist auch noch da. Die Deutsche Bank überlebt echt jedes Unglück. Das muss man ja auch richtig sagen. Was wenn du ein Blitz oder Tsunami oder irgendwas direkt auf sie drauf klatschst? Dann werden unsere Subways betroffen. Finger weg von unseren Subways. Gleich wie du gemerkt hast, ich kann es nicht steuern. Also ich kann nur grob steuern. Ja. Aber ein Loch im Boden, also das Loch im Boden. Kannst du ein Loch steuern? Das Loch im Boden war ja sehr präzise. Das Loch steuern, also ich könnte ja sehr einen sexistischen Ehemann-Ehefrau-Witz machen. Nein. Hast du 43 Twitter-Sachen, Tom? Hör ich. Was ist das? Das ist dein Rathaus. Hallo, das ist unser Rathaus, das Zweite. Das ist voll wichtig da. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht irgendein Wack ist. Aber ich finde es gut, dass du vorher noch die Nägel gemacht hast. Das wäre echt scheiße, wenn man das nicht gesehen hätte. Nein, das war nicht der Grund. Das da ist sehr komisch, weil das existiert laut Spiel. Also laut Spiel, ich kann es nicht anmelden. Es ist nicht da. Es ist nicht da. Doch, es ist da. Ne, es ist nicht da. Lügt doch nicht so. Vielleicht wurde es da hingeschwemmt. Vielleicht wurde es da hingeschwemmt. Von Schrödingers Gebäude, sehr schön gesagt. Schrödingers Gebäude, es ist da, aber auch nicht da. So, unser Subways geht gut. Du meinst, es ist gleichzeitig da und nicht da. Das flinkt da grün. Das mag ich nicht sehen. Äh, die wollen, die haben Arbeitermangel. Aha. Ich weiß nicht, warum die Arbeitermangel haben. Ich kann es gar nicht verstehen. Ah, no, no. So, das Loch ist mittlerweile auch voll. Sehr gut. Wie ihr seht, das schwappt hier so rein und schwappt wieder raus. Ich habe so das Gefühl, der Tsunami kommt hier hin. Ach, der geht immer noch weiter. Nein, nein, nein. Du sagst einfach nicht. Das ist einfach das Restwasser, was hier so ein bisschen hoch geschwappt ist und dann ist es so hoch. Kannst du Stonehenge machen? Ja. Im Wasser? Ach, ist da jetzt die Schlucht da von einem Erdbeben geschwommen? Ja. Ah. Deswegen hat man auch die Polizei erwischt. Ah. Es ist vor allem voll zielstrebig auf die Polizei gegangen und dann hat es aufgehört. So sieht es aus. Ja. Ja. Oder zuerst auf die Polizei. Oder zuerst. Genau, das wunderschöne hier Polizei mit mir von Treefoot. Oh, guck mal, jetzt haben sich alle gefreut. Ja, tatsächlich. Über die Polizei. Also es ist zwar keiner da, der sich freuen könnte, aber immerhin. Ja, die haben auch keinen Strom mehr. Also wir haben hier allerlei Probleme. Ach, ich weiß nicht, was ich finde, das ist. Also wir haben hier immerhin 4 Megawatt, ne? Also wenn ich da noch zwei baue, ne? Also ganz ernst, für gewöhnen, wenn sowas passieren würde, würden irgendwelche Berühmtheiten zusammenschließen und einen Song aufnehmen und die einen abspenden. Wir können ja einen Song aufnehmen. Genau. Ja, genau. Wir sind ja jetzt berühmt. Definition berührt. Wir haben momentan einen Zuschauer. Ja. Der ist du. Danke Alex, dass du immer noch da bist. Ach so, ist es immer noch Alex? Ja, also es und Alex. Der lässt es wahrscheinlich garanziert nebenbei laufen. Das ist geil. Also einer ist immer so, mit dem anderen haben wir so eine On-Off-Beziehung jetzt. Das bin vielleicht ich. Ne. Ich wusste schon immer, dass ich deine On-Off-Beziehung, dass wir deine On-Off-Beziehung sind. Ja, ich kann ja nicht. Oder würfelst du das aus? Ne, ich kann ja nicht jeden Tag dasselbe haben. Das ist denn das für ein... Holst du den Kuchen? Nein, ich räume erstmal... Hoffentlich guckt Daniel nicht zu. Ja, ich muss mir nur ganz kurz... Wir haben zwei Zuschauer. Einer von uns Alex, meiner bin ich. Ich glaube nicht, dass Daniel ist. Da hast du wahrscheinlich... Ich glaube, ich mache das ja ganz kurz leise. Also er hat sich schon... Er wollte sagen, er macht sich jetzt ganz kurz leise. Er war dann schon leise, weil der jetzt mal hinten gemütlich in einen Kuchen beißt. Hey, bringst du den Kuchen nicht mit? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, der ist gleich weg. Wo hast du gesagt, du wolltest denn nicht essen? Ich habe gesagt, ich darf ihn nicht essen. Nicht, ich darf ihn nicht. Er sagte, er... Ich dürfte nicht essen. Da er jetzt so eine größte Instruktion, die sich nicht erkannt hat, nein. Lustig. Das macht natürlich noch größer, größer, größer. Baut irgendwann wieder mehr Gewerbe. Größere Tornados. Genau. Größere Tornados. Baut größere Gewerbegebiete. Baut mehr Industrie. Mehr Polizei. Baut viele Industrie. Mehr Inseln. Baut zum Beispiel irgendwelche mussten Gebiete zu. Kann ihn noch spektakulieren. Zum Beispiel kann man hier... ...macken ein Reines. Da kann man hier Agrarkohle... ...quatsch ab zum Öl. Dann kann man hier verschiedene... ...Werbegebiete machen. Also Freizeit oder Tourismus. Oder hier so Ökos. Also Freiburg, wo Bar machen. Was? Ich dachte, du bist gemutet. Ich glaube, du bist eh gemutet. Warte. Ja, aber jetzt kannst du trotzdem noch rein. Ich darf noch reingucken. Echt? Ich existiere trotzdem noch. Ihhh. Shame. Nee. Also ich glaube, das ist in dieser Realität nicht so der Fall. Nicht in der Online-Realität. Müsst du mir zusätzlich gerade meine Tasche da geben? Ja. Mach mal, schneid mal die da. Dann hat... Warte mal, wir gehen einfach mal auf... Was? Schön, dass du extra so durchlöpst. Nicht, dass ich hier den Stream stoppe. Ja, genau. So. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ne, die Aufnahme läuft. Ja, das Ding macht man immer... Ähhhhh. Guckt halt rein. Und irgendwann ist es so groß, dass man mit dem Spiel aufhören muss, weil es der PC nicht mehr packt. Also rundum ein sehr erfolgreiches Game von... Ha? Kuchen? Ha? Kuchen? Ha? Ha? Ha! 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 Ich war schneller! Na, so doller, sonst schlage ich mir die Knie an. Ja. Wir haben... Wir haben uns den Tommy gemacht. Ich hab ein bisschen Kuchen auf deinem Laptop geteilt. Auf dem frisch geputzten Laptop. Ihhh. Mit 80, ne? Wenn das Leute sehen würden, die ich keine... Kuchen? Müsst du mir meine Tasche geben? Wie du darfst Schokolade essen hackt, oder wat? Ich glaub keine Schokolade. Ja. Du darfst auch keinen Kuchen. Haben wir noch eine Konfabe? Ähhhhh. Nein! Da fühlt sich grad das... Michi wiebt. Was haben wir fast? Läuft es denn noch? Kann man... Kann man... Kann man das bitte... Kann man das bitte vergrößern? Ganz groß? Ja, du kannst die andere Kamera mal stratteln. Naja, nicht ganz so gut, aber... Ah ja, ist da oben rechts in der Ecke. Was? Ich bin schauberhaft. Eine echte Lady. Ich hab schon nen Freund, ist okay. Und der guckt grad auch nicht zu. Was hast du? Ich hab schon nen Freund, ist okay hab ich gesagt. Achso, ja pfff. Ja. Lecker Zimt. So, jetzt kann man das Spiel natürlich so dermaßen übertreiben, dass man... Wie soll ich das beschreiben? So praktisch die Nachbarschaft nachbilden kann. Ah. Also. Wo ist die Hochschule? Soll ich mal rückgern? Du wolltest die Leute, die den Hof nicht räumen. Ja. Wo ist denn die Leute, die den Hof nicht räumen? Ich kann tatsächlich... Bist du noch gemütet? Ne. Ne. Genau. Also ihr seht schon, sehr kreative, äh, Selfgame-Bespeicherung. Neue Alternative. Immerhin kannst du Selfgames machen. Ganz berühmte... Autosave. Autosave. Der passt zu dir, Philipp. Echt? Das war scheiße. Oh Gott, den blick ich erst gleich. Auf was ist ne Anspielung hätte sein sollen. Oh Gott. Das ist so schlimm. Oh Mann. Das ist so schlimm. So. Laden. So. Jetzt laden wir das Ding mal. Ich hab's das mit dem Sinne meine eigene Mikro-Dach. Jetzt kannst du es wieder auf groß stellen. Ich glaub das dauert wieder beim Laden. Das dauert jetzt wieder mal. Wo ist das Soundboard, wenn man es mal braucht? Jetzt ist schon wieder zu spät. Ich muss das erwähnen. Zu spät. Was hättest du gern? Zu spät, zu spät. Du heulst schon wieder. Zu spät, zu spät. Können wir irgendwas trauriges machen? So wie Dr. Who im Regen steht. Okay. Du 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 du. Das war ziemlich toll. Ich hab' ich hart geheulich. Okay. Was hab' ich jetzt gern? The pipes, the pipes are calling. ist auch zu spät wegen sowas kriegt dann gleich wieder in den mund soll meine damen und herren eine echte lady die kamera sehen ich habe leider nicht gerade die papiertücher nicht mehr ja so die partei kann man irgendetwas total unlustiges machen aber ich fände es lustig ja damit rechnet doch keiner weiß es ist einfach viel lustiger die hier beim essen zuzugucken wir könnten darüber machen wie soll ich denn sonst auch sein soll ich denn einmal quer durchschneiden damit du so eine art wie ein sandwich hat das hat ja gar nicht so lange gedauert also das war ja alles ja graf hier also wir haben es heute zehnmal geladen und so und wir haben es immer ganz passend ich finde es halt geil es wird immer über uns abgehaktet und dann sobald einmal den job macht also kein tornado drauf geschickt dass da fehlt ein tornado glaube ich also design technisch fehlt ein tornado das ist ja seltsam dass meine stadt hier gerade verschwindet ich sage immer noch die stadt treiburg ich sage doch okay das machen wir im spiel laden und dann finden wir heraus warum das so tut wie es tut ich weiß er muss jetzt erstmal rumprotzen was für eine geile stadt er gebaut hat das heißt wir laden jetzt nochmal ja wir laden jetzt nochmal das sollte auch nicht ganz so schnell gehen äh nicht so langsam gehen ja danke wir wissen mal was einigermaßen passend das nächste mal ein bisschen viel ich meine wir haben da hinten so einen Anweiser stehen mit Sachen die er hochhebt hier ne du hast einen Anweiser du bist ein Anweiser der Anweiser sitzt hier genau neben dir idéer ah lush eh ich finde es ist glaube ich sehr gut ja genau die Partei siehst sehr gut welber ist das Wir sollten wirklich in China, wirklich noch den Leitschirm endlich in China mal aufbauen können. Alter, du hast den... Ah, wie denn die Dingerkörper laufen im Betrieb so hoch. Was hast du vorher nicht gemacht? Du hast den Bildschirm hochgehoben und hast ihn... Weggeworfen, an die Wand geklatscht und draufgepinkelt. Und der funktioniert noch. Und der funktioniert noch. Der ist ja auch mein Laptop, der hat ja auch seine Fete. Der hat ein Eigenurin. Ich habe eine Eigenurin-Tour mit meinem Laptop gemacht. Damit er keinen Virus bekommt. Ich finde es halt geil. Wie isst du Kuchen? Normalerweise gar nicht. Ich darf nicht so viel auf einmal essen. Ja. Weißt du, vorher das ganze Stück auf einmal reinschieben und dann... So große Bisse darf ich eigentlich nicht nehmen. Wir brauchen eigentlich kein Spiel. Wir müssen nur wenig... Ja! Das Spiel ist nur nebensächtig. Das ist tatsächlich nur nebensächtig, weil die Hauptsache ist ja, dass ich irgendwelchen Preis laufe. Äh. Eben. Aber doch was anderes. Du redest halt immer so viel während du zockst. Über das Spiel. Normalerweise eigentlich gar nicht, wenn ich nicht das Spiel zockt. Ja. Ja schlimm. Da wird schon auch keine drei Idioten neben dir und labern scheiße. Doch. Naja gut, im Asta ist das jetzt nicht mehr so... Das sind Stifter sind sie im Regen mehr. Ja. Also wenn denn. Also wenn. Peinliche Schweigen? Ja. Ja, typisch. Lädt es immer noch. Nein, es ist nur Schweigen. Nur wenn du's machst, ist es peinlich. Jetzt sind wir hier nochmal hier. Hier. Lädt immer noch. Achtung. Ja, ja. Guck. Ah, guck mal. Hier. Ich bin einfach... Alter. Der Umschaltgott. Ich bin doch ein geilerer Straße, die ins nichts führt. Das Stück hier? Ja. Ja, das war zu lang. Ach was. Sag doch was. Die Straße geht hier hin rum, geht da rum und geht hier ins Seegeberg Büssing. Bad Seegeberg. Bad Seegeberg. Mach ich ja klar. Nee, nicht Bad Seegeberg. Du hast angefangen. Nicht Bad Seegeberg. Es gibt übrigens ein YouTube Video, wo das Seegeberg, Bad Seegeberg, also das Sägeberg dort, die haben ein Musikvideo zu dem Lied gemacht. Haben die wirklich ein Sägeberg gemacht? Ja. Es gibt ein Sägeberg, was Sägeberg. Und die Leute haben ein Musikvideo zum Lied, äh, Dinge gemacht. Okay. Also, und die haben das ziemlich genau nachgestellt. Geht's wieder? Geht's wieder? Nicht weinen. Nicht weinen. Irgendwann geht es vorbei. Also normal bin ich nicht, seit ich geboren bin. Ja, das ist niemand von uns, aber... Ja, nein, die Frage ist, also sagen wir so, wenn ihr noch zwei Minuten absolut unlustig seid, so wie ich von euch erwarte, dann geht's wieder. Okay. Halt doch einfach die Presse. Ja. Ja. Ja, doch auch. Kommen wir auf Bad Seegeberg, Bad Seegeberg, Bad Seegeberg zurück. Also es ist ja sowas wie, das erinnert mich an diese Geschichte mit dem Forschungs-U-Boot, wo dann ein Pole gemacht wurde und wurde dann entschieden, welcher Name denn, wie es denn heißen soll, im Internet mal nachgefragt. Ich glaube es heißt gerade Boaty McBoatface. Ja, genau. Boaty McBoatface. Okay. Oder war Schiff... Nee, Schiffy McShiffface. Oder sowas dann? Nein, nein, das war schon Boaty McBoat. Boaty McBoatface. Und das ist... So. Ich hab mir so gedacht, das ist so eine geile Idee, Boaty McBoatface. Weil? Einfach nur, weißt du... Es ist nicht das Lead Forschungsschiff, aber eins der Flockenführer und sowas, dann Boaty McBoatface. Und dann hast du es immer als Rufname, ja hier Boaty McBoatface und sowas. Wenn du in irgendeinen Hafen reinfährst, dann nimmst du kein Hafen ernst. Hier Boaty McBoatface. Im Norden nennen die Leute ihre Söhne immer mit dem Namen des Vaters. Das heißt du hättest den Nachnamen des Vaters? Kennst du Johann Johann Johannmann? Du bist seltsam. Du bist seltsam. Du bist seltsam. Uh, was für mich gehört. Deine Mutter ist seltsam. Ne, vorher hat das neu irgendwie funktioniert. Und jetzt funktioniert es nicht mehr. Na, spiel mir doch was anderes. Nein. Ja, genau. Gleich erstmal wieder demonetize. Dämonetize erstmal gleich wieder. Aber dafür haben wir sowieso schon zu viel geflucht. Ach, weil... Wir brauchen einen Live-Peeper. Was? Einen Live-Peeper? Ja. Probieren wir mal aus, okay? Ja. Das darfst du dann aber machen. Den Live-Peeper. Okay, okay. Dann hau mal rein. Was? Ich mach doch jetzt nicht hier so'n Scheiß mit. Piep. Piep. Nee, ich brauche... Wenn, dann brauchen wir so'n Nippelblitzer. Ich muss sagen, dein PC ist sehr komisch. Ja. Das... Ich hab auch nie gesagt, dass ihr nicht komisch werdet. Das ist ja auch mein PC. Das ist mein PC. Es gibt viele... Es gibt viele PCs, aber dieser hier ist meine. Ohne mein PC bin ich... Moin. Moin. Okay, dein PC ist ultra komisch, weil ich weiß nicht, was er tut. Ich auch nicht. Weil... Du bist der, wo er am Spiel sitzt. Ich hab das noch nie gespielt. Ah, echt. Funktioniert? Können wir doch bitte einfach ein Tsunami über die Stadt ziehen? Nein, das machen wir jetzt nicht. Funktioniert? Warum? Es funktioniert, ja? Ich wollte einmal künstliche Stinks klatschen. Und du hast Dreck am Gericht, aber keine Angst. Das macht's auch nicht schlimmer. Ja, für weiße Klecken. Was? Ich schon wieder. Ich war doch noch ganz kurz hinten. Warte, ich hab niemals mit dir gesprochen. So ist es. Aber hier haben wir nicht ganz so viele Rute. Autos sind nur eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Zehn. Ja, also ich finde, das ist vollkommen okay. Foto, komm, Philipp. Foto, Foto, Philipp. Weißt du, das erste, was er natürlich anguckt, erstmal gleich wieder, welche Autos irgendwie die parken? Weißt du, er baut eine Stadt auf, nur um dann hier alle Parkplätze zu gucken? Wo ist das Snapping-Tool? Ja. Ja, damit du auch hier die alle Falschparker dann wieder aufschreiben kannst. In deiner eigenen Welt, die du dir geschaffen hast. Hast du da schon eine Facebook-Seite? Guck mal, weil der hat das, glaube ich, eingepacktes Auto. Also da würde ich auch nochmal... Digitaler Foto kommt, Philipp. Ich glaube, das ist einfach nicht... Ich sehe die Skylights erstmal dann nochmal. Oh, Mann. Gibt's ein Mod, wo du da Strafzettel verteilen kannst? Oh, jetzt weißt du, was du programmieren musst. Nein. Ja, bemerkt die Enttäuschung hier. Für das nächste Projektstudium für die Bachelorstudenten, der hat er gekauft. Ne, er kann keine Zettel schreiben, er kann sie aber an die Polizei weiter melden. Die dann Zettel schreiben, aber aktiv Zettel schreiben. Arbeitest du eigentlich aktiv mit dem Dorf-Sheriff zusammen? Nein. Shane. Warum? Nein. Nein, jetzt ernsthaft, Leute. Nein. Also ich bin ja Arschloch. Gerne. Nein, wirklich richtig. Aber so Arschloch bin ich nicht. Ja, der ist voll nett. Du trägst eine lange Hose. Was ist denn los mit dir? Du sollst sonst immer kurze Hosen haben. Hä? Ab Semesterbeginn gibt's wieder kurze Hose. Es gibt doch das Gerücht, dass du immer nur dann kurze Hosen trägst, wenn's so arschkalt ist, dass man wirklich nicht mehr rausgehen kann. Ja. Ja, aber du hast eine lange Hose an. Shane on. Hallo, ich war fast nach Sonntag und Montag krank im Bett. Ja, das ist ja. Mit Schüttelfrosch, Fieber, Hitze, was weiß ich alles. Also wirklich doof. Ändert aber nichts daran, dass du eine lange Hose an hast. So, los jetzt nicht. Ah! Ah, es brennt! Ah! Meine Hände! Meine Hände! Ja, gut, ich will nicht wissen, was ich über den Rachen gekriegt habe. Mr. Askalta oder was auch immer hätte gerne einen Tsunami. Ey, ich hab das schon mal gesagt. Bitte ein Tsunami. Nicht in dieser Stadt. Doch. Nein. Du kannst es doch lokalen. Da müssen wir leider wieder neu laden und das dauern dann wieder so. Also finde ich jetzt gar nicht schlimm, wenn ich dafür einmal die Stadt verstelle. Also, wie sieht's denn aus? Ich bin doch mit dem Kometen einverstanden. Zuschauer. Neuladen und Tsunami oder einfach weiter fliegen. Ich fand, die lustigste Zeit war immer im Neuladen. Das war. Da fühlt sich einer aber super lustig jetzt so. Ja, fühl ich mich auch. Aber ich fühl mich schon die ganze Zeit. Das ist so ein Witzgesicht. Ach man, das ist voll so. Nicht, wenn du lustig bist, du bringst alle in den Laden, weil es so hässlich ist. Siehst du, da macht ein Tsunami auch nichts aus. Nicht lustig, du überlegst. Ein paar mehr Häuser weg oder? Nee, dazu brauchst du kein Konto. Darauf kommt jetzt meine Mann. 3.000 Jahre später. Machen wir Matrix 70. Immerhin habe ich kein Radio-Gesicht. Oh. Machen wir's mal anders. Ich hab nen neuen... Safersteller oder was hast du gemacht? Ja, ich hab jetzt einfach neu gespeitert. Okay, sehr gut. Mein altes Save-Game ist jetzt einfach... Tsunami und Neuladen. Ja, genau. Passt doch. Wir brauchen noch nicht Neuladen. Da kann man einfach mal... Ich weiß nicht, warum hier diese Häuser verschwinden. Es verschwinden Menschen. Nein, die verschwinden. Ich hab keine Ahnung warum. Weil du deine Stadt nicht... Die mögen dich nicht, deine Stadt. Ich hab so das Gefühl, vielleicht fehlt da auch einfach irgendwo irgendein Mod. Ja. Wieso ist das Rot da? Alle Häuser verschwinden. Keiner mag die Stadt. Alle sind gegangen. Da war mal ein Haus. Das Rot ist Kobbel. Stone. Also... Ich hab keine Ahnung warum das hier... Weil keiner deine Stadt mag. Tsunami. Tsunami. Weißt du, du brauchst ihn mal grad... Guck dir mal seine Stadt an. Die geht schon kaputt, ohne dass da ein Tsunami ist. Tsunami. Da brauchst du nichts machen. Da guckst du nur zu. Tsunami. Da ist die Stadt weg. Tsunami. 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 Welche Tastenkombination hast du gedrückt, dass das passiert? Ganz schneller gemacht. Ich wollte eigentlich aufhalten, weil, wie ihr seht, wir haben hier null Wohnhäuser. Tsunami. Ja, vielleicht hast du aus Versehen, dass das falsche Gebiet gesetzt. Gell? Das könnte vielleicht mal sein. Ich hab wahrscheinlich irgendwo eine Mod nicht aktiviert, die zulässt, dass ich ploppte... Oh, ploppte Groves. Hab ich die... Ohhhhhhh. 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 Oh, jetzt kannst du mal rummachen, dann. Weiße Sache. Ja. Ploppte Groves. Oh mein Gott, wir haben vier Zuschauer gerade. Und nur drei davon sitzen hier. Oh, das ist ja komisch. Mal, ja. Jetzt, ja komm, dann lad nochmal neu und töte alle. Töten. 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 Ich sag's immer noch, das ist nicht rassistisch, wenn du alle umbringst. ich werde ich das jetzt ja weil die halt schön sind das sind die einzigsten wurde gut gebaut hat die anderen sind aber scheiße die einzigsten die vielleicht laptop offen und wenn ihr einen bett konntet anfängt dann bin ich ja ich darf auch ganz viel nach von uns habe ich da sollte ich das hat man eine wunderschöne stadt ich bin geil dass er im jahr 2000 ja ich würde trotzdem alle vernichten das ist da oben ist das ruine würde ich sagen da muss mal muss weg ja auch segeberg segeberg muss weg der hat das ist wie der sich der zuschauer da steht sogar niemand weißt du es ist drei zuschauer einen wunsch und nicht mal den fix der gebacken ja weil er zu viel angst hatte er hatte immer angst bevölkerung anzugreifen war ja bisher ja und du hast sogar noch mal extra selbst gemacht es passiert nichts die einfach töte sie einfach töte sie töte sie beide es ist auch einer meiner lustigste also ich bin bei einer karte oder wie die auch die lustigste von harry potter und ich feier habe ich habe was ich habe gestern hat mir den sechsten teil wieder angeguckt mit einer freundin zusammen also jeder von uns hat seinen film angeguckt über handy schreiben mega lustig weil wir das ist der sechste teil ist der im teil wo du amt die ganze zeit denkst warum ja wirklich sobald es sind da gibt es szenen drin wo du dir denkst ich gucke den sechsten teil immer bis zu der stelle wo sie aufbrechen den verachtung spoiler wo sie aufbrechen den horcrux zu suchen ja man sollte auch wirklich bei harry potter sagen weil da wird echt dumm weil das den horcrux suchen ach da wird es für dich dumm da wird es für dich dumm also für mich wird es dumm als da so dasteht und dann mit der zeitung diesen ja es ist mitten in seinem büro also gerade ganz am anfang wo er da quasi in dem haus von ihm drin sitzt warum wo ich aber auch nicht weiß wo ich auch nicht weiß warum er in diesem haus also also snape da weißt du ob warum ist der brummschwanz plötzlich da ja aber warum ich habe warum in der mitten in der stadt und so was dann mehr dünnerboden kann auch sein aber ich fand's halt Tsunami unser zuschauer fordert einen Tsunami immer noch unterwegs der dauert halt nur ein erdloch lustig heute ist wenigstens schön groß das ist schon ganz schön langsam das ding ne da braucht wieviel tage um meter zu gehen viele aber wenn er kommt dann kommt er hier ne und so ne und da gibt es halt wo in der Szene im haus die erste Szene so boah die zeit ist ja gut also das war jetzt so gegen die Liebesmühle ich denke mir sofort der sitzt halt da so tausendmal da bis es dann runterklappt aus dem Bild raus und ist dann weg ich finde den Kerl super und früher machte ich den ersten Teil total gerne und dann weil der so knüppelig ist und dann irgendwann so die Effekte sind voll schlecht weil es halt voll alt ist und alles ist so lächerlich und ja aber sieben Teil 1 äh Teil 2 sieben Teil 2 ist so gut sie hat einen Charakter im Buch getötet und selbst kann ich ihr nicht verzeihen äh Zuschauer sagt ja Zerstörung endlich mal ja Zerstörung ist lustig Gern geschehen guck mal der Fels da das ist ja geil sorry der Felsen oder was meinst du das sieht aus wie ein Meteor ja aber die Straßenführung auch wie in Baden-Baden ey ja genau äh ist aber tatsächlich Bradley Crowley Street sag mal wo hast du in Baden-Baden dann gewohnt? äh ich hab in Winkel gewohnt ich hab in Winkel gewohnt Winkel ist hier ein Nebenort von Schönwald ja genau da hab ich gewohnt dieser Winkel das gibt bestimmt niemals einen Ort der auch noch Winkel heißt Schönwald hat keinen Nebenort Schönwald ist aber auch schon Fimtort ich darf das runter zaubern mein Nummer wohnt da Schönwald ist total geil er ist zauberhaft du bist zauberhaft das sind zwei Lügen ich schlag den Kreis verkehrt das ist total geil das ist äh aus Pokémon in Mein Trainer so was macht ein Umami aber wenn du das sagst dann sind zwei Lügen ja genau wo ist eigentlich die weiße Heilmusik? das hab ich leider nicht das hab ich leider nicht ne echt nicht ne echt nicht bei mir nicht ich kann nur den das dauert eh noch das ist Akte X du bist Akte X ja danke du bist Akte X ach das ist wahr das war sorry hab's verwechselt es ist auch eine meiner Lieblingsserien immer noch ich bin auch Akte X Fanboy durch und durch hab ich nie was gesehen von von was? die ersten Staffeln losen sich also so eins bis vier das ist weil es auch mega lustig ist und sich ähm ich hab das Buch dazu gelesen es gibt mehrere Bücher dazu es gibt ein Buch es gibt äh also es gibt ähm die Folgen wo nicht gedreht wurden gibt es als Buch genau das ist doch das ist doch der weiße Heil ja ich muss grad auf YouTube suchen Du im Mund YouTube also ich habe so das Gefühl dass der dass der Ort ziemlich Tsunami safe hier oben ist äh er hätte gerne auf den Felsen einen Meteor ach das hab ich doch gesagt gell das hab ich dir gesagt jeder möchte auf einem Felsen einen Meteoriten haben die Frage ob der nicht beziehbar ist das wird schon klappen das ist ein Meteoriten auf dem Felsen kannst du nicht sogar einen ganzen Meteoriten vor äh Sturm also ich mein gibt's das nicht so als so ein Armageddon ja so Armageddon einfach so ein Armageddon Button ja alles passiert geiler Schauspiel oh musst du langsam mal abspielen weil es dauert noch und alle anderen ja weil sie jetzt Platz haben ja jetzt ja das sehen wir dann nö und der Kreisverkehr ist weg und es brennt so schön nö der Kreisverkehr ist fast noch da ja fast noch da das war auch eine tolle Mitte von dem Kreisverkehr so gerade tatsächlich war ist aber aus Gründen des Umweltschutzes nee nee also es kommt jetzt auch an aber wo das Ortsschild steht steht das Ortsschild auf Form aber aber so ein aber außerorts darf nichts draufstehen aber ein Fels damit ja doch das ist ein Zerzsatz ja ich weiß ja aber ich kenne hauptsächlich aus der ähm Räder in dem Entscheiden von Charlie Chaplin dann ihr sagtet ich soll das musikalisch untermachen ja ich find's sehr gut also ja dann passt aber auch unser wunderbarer Rater ich kann auch das hier Raterpater oder? ja das leuchtet doch schön ja das leuchtet genauso wie die Zone ist Lava in Doktor ach so die Zone ist Lava nee ich glaub die Zone ist woanders in Darwin Project gibt's das jetzt nächstes Mal Darwin Project ja können wir machen da kann der Showdirector die ganze Zone aussuchen dann einfach die Zone ist Lava machen damit er dann den Boden der Zone mit Lava gefüllt bis zu einem bestimmten Punkt und alle Leute die halt nicht irgendwie schnell genug hochkommen sterben ja Boden ist Lava Death bei Lava ich fand vorhin die Death by Nuke das waren 4 das waren 4 die an der FestNuke gestorben sind das muss nur ist mir viel lieber und Death by Sun es gibt auch Death by Snowball Nuklear Death Nuklear Death Nuklear Death es gibt auch A Thousand to Death ja das sollte man auch wirklich mal machen ne Armageddon Mod Armageddon du hast so viele Mods aber die wichtigste hast du nicht ja genau zum Städtchen bauen braucht man auch gerne Armageddon du das du brauchst das vielleicht also ich muss sagen meine Big Wall hier die ist ziemlich gut gebaut warum machst du immer deine Städte so sicher du hast nicht mal Katastrophen eingestellt du könntest hier in Amerika bewerten du könntest hier in Amerika bewerten scheiß äh äh ach der hier oben auf diesem Hügel gewachsen ist und er jetzt hier durch irgendwelche Mittäter links und rechts neben mir vor gestaltet wird Hallo wir haben die Maus ich find's irgendwie ziemlich witzig heute noch nicht verrührt ich find's ich find's schön Straßen reparieren oh schnell reparieren wir die Straßen weil sonst funktioniert das in der ganzen Stadt ja nicht mehr ja ja das funktioniert schon lange nicht mehr doch Armageddon was Armageddon get to Armageddon Armageddon hier gibt es nicht so ach die Kühe warum leben die noch ach wo Kühe und warum die Hühner sind so riesig im Verhältnis zu den Kühen finde ich ne die bewegen sich nicht das sind tatsächlich nur Flops ähm es gibt tatsächlich mit dem neuesten ne mit der mit der mit der Farbeleihilie gab's eine Erweiterung dass man da tatsächlich auch Kühe bauen konnte das sind irgendwie Schafe das ist toll das hätte ich nicht erkannt ich hätte gerade auch wieder gedacht schon wieder Hühner können wir nochmal zurück zu den Kühen bitte welche warum weil sie muss noch sie muss dann noch auf ihr ästern ah sie muss dann irgendeinen Ton machen wow wow den hat mein Soundwatch wunderbar gut ich hab auch oh können wir nochmal so ein Hühnchen copyright strike wir haben glaube ich sowieso schon genug copyright strikes weil wenn du Filmmusik benutzt ist sowieso schon draußen ihr habt gesagt mach mal den weißen Hai gleich schuld ja ich hab ja auch nichts dagegen gesagt ich verdiene sowieso kein Geld damit ich auch nicht ja bei einem Zuschauer hallo ich hab keinen Job ich chill doch zwei gerade ich wollen sogar drei ich wollte schon mal Zuschauer kaufen weil es geht ähm die kannst du halt in Polen kannst du die für tausend Euro kannst du dir tausend Zuschauer holen und sowas dann und das bringt uns das nix du kannst dann einfach nur die Monetarisierung anschalten und Geld damit verdienen ja also YouTube verarschen ja hab ich mit oder eigentlich die Werbepartner verarschen eigentlich die Werbepartner verarschen und das ist illegal sag ja Lane gut wenn du wie ist das wenn du das nicht machst sondern wenn jetzt zum Beispiel sagt wenn jetzt irgendjemand irgendein Zuschauer sagt ich möchte das nicht das jetzt das ist doch Trollen ja das ganze Video ist Trollen des Internets im Grunde trollen wir nur das Internet Hallo Internet Hallo Internet wir trollen dich Frenzler ein bisschen ne das ist einfach nur über Arsch mit Straß Hurra Hurra das ist alles alles zerstört aber du brauchst es schaffen bleibt ja ja nein der fährt nicht der steht ja richtig ach weil die Zeit eingehalten ist das ganze Spiel steht weil hier grad gespeichert wird der muss ja ah ich könnte jetzt wieder aber ich spare mir das kenn ich nicht Amanda also leider sagt unser Zuschauer Nummer 3 das er gehen muss schade Zuschauer 3 du warst uns eine Freude das war der die erste Frage gestellt ja Mensch gleich du hast dich Zuschauer 3 nein er heißt Mr.. dachte grad sind wir hier bei GLF M R A L C A L T E R wenn wir bei GLF TV wären dann könnten wir das nicht machen ne ne denn da wo ist der Wissensinhalt hallo wie wie reagieren wo sind die hübschen Kameraeinstellungen und wo sind toll da da und da sie weiß dass wir gerne noch Funfaktor reingebracht hätten mehr den Funfaktor habe ich auch nochmal hier das ist doch auf Facebook geteilt oder Jana du hast doch auf Facebook sitzt ja aber sie weiß das doch ja klar aber also theoretisch könnte sie das ja könnte sie das gesehen haben oh nein sie hat mal gesagt sie schaut sich Sachen an ja ja eben sie schaut sich Sachen an bevor ich mich zum Arsch mache unseren Film hast du ja angeguckt ja ich bin leider schon satt ja dass du mich zum Arsch gemacht hast jetzt haben wir noch einen Zuschauer ich finde es halt mega lustig das ist halt so typisches Technik-Karma von uns das halt einfach mal die ganze Stadt sich auflöst sobald wir einmal uns hinsetzen genau weil vorher hat es doch die ganze Zeit funktioniert du hast dir die ganze Zeit noch rumgearbeitet ja eben hast du es auch schnell gestellt Karma ist ne Bitch und die Bitch sitzt lebendurch Stimmt ach wegen Nachname jetzt versteh ich die Blitzers ich hab auch das Gefühl dadurch dass der hier grad ewig speichert dass das ganze Spiel sich grad aufgehängt hat vielleicht müssen wir erst mal neu starten ja Thomas ist zu oft neu gestartet ja dann kannst du ja mal auf die andere Kamera schalten damit es dann beim neu starten ja also ich mach jetzt hier mal auf irgendwas wir können ja noch wir können so lange über lustige Filme diskutieren ähm Harry Potter und Einstein ja finde ich immer noch sehr lustig ja Einstein und Harry Potter und die Kammer das ist äh der geheime Pornokeller ja genau ja wieso kennt das jetzt jeder außer mir also ich kenn's auch nicht Coldmirror weil du Coldmirror nicht magst weil du Coldmirror 10% der Leute hier haben das Zeug nicht gesehen Bambus ja mein ich doch ok Bambus hast du mal Wolklich mit Außer der Fleischbällchen gesehen was Wolklich mit Alter das ist der hast du den gesehen nein das ist ein das ist ein Mim als Film und bin dran vorbeigelaufen der ist das ist ein Mim als Film das Ding ist so grauenhaft schlecht äh also ich fand den super lustig eine Frage noch sagt der Zuschauer wann streamt ihr immer äh eigentlich die Versuch wird jetzt wieder sein Donnerstag auf jeden Fall wöchentlich und Versuch wird noch sein zusätzlich nochmal Dienstag wieder reinzubringen es kommt ja eher drauf an wie viel Leben ich noch hab weil letztes Semester hatte ich halt äh viele Fächer welches ist das da waren? was? das fünfte aber ich hab halt 51 äh Punkte ah ja das fünfte ne warte mal 53 Punkte oder so das fünfte war tödlich das fünfte war tödlich ja also das fünfte ging auch das fünfte hat mich gekriegt und das sechste war dann anfangs ruhig und dann dann bapf ja ich hab also im sechsten hab ich jetzt relativ entspannt weil ich fast alles schon belegt hab also bin fast alles fertig so wer die Stadt mal wirklich im Bau sehen will es lädt mal wieder jetzt kommt Werbung ja jetzt kommt dann sich eigener jetzt kommt wieder Schleichwerbung ach das stinkt das hier ach ich kann auf YouTube einfach mal gucken und äh letztdesign Tri-Tourp also mit Y wie ihrs überall da gesehen habt im Stream könnt ihr einfach mal eingeben und gucken was ihr da so findet das sind so oh Gott zehn Folgen rum die ich im letzten Semester ich glaub bis November hinbekommen hab dann hab ich leider noch meine These schreiben müssen uuuhh schlechte Theses uuuhh ja ich bin jetzt schreiben ja genau ich hab sie selber geschrieben nicht zum Gutenberg seine Doktorarbeit ich saß nur nebendran und du hast ab und zu mal Family Guy einfach mal also wie viele vergleiche Ash-Seite irgendwo aber wie viele Serien du durchbekommen hast in der Zeit wo du deinen Bachelor geschrieben hast ok bei mir war das zumindest Teil des Bachelors also besser gehts ja nicht ich hab glaub ich eins zwei drei und wenn ich die ganzen Serien dazu zähle bei der ich aktuell auf dem Stand bin welche da ist nämlich jetzt Vikings Steven Universe One Piece Na 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 Spongebob Spongebob Ich hab Terra-X geguckt, tatsächlich. Lash und Co. Nicht Lash und Co. Nein, nein, nicht Lash und Co. Aber Lash ist doch super. Was? Die anderen zwei, wo um die Welt reißen, fand ich viel cooler. Nur noch kurz. Soll ich nochmal einen kurzen Start machen? Hast du echt kein Messer? Nee, ist viel lustiger, als so uns anzugucken. Wir können auch 60 Seconds spielen. Das finde ich super, das Spiel. Das ist lustig. Der 60 Seconds ist wirklich lustig. Hey, haben wir Controller? Wir könnten Stickfight spielen. Ich hätte welche... Ich hab grad keinen Bluetooth-Adapter, deswegen haben wir keine Controller. Ah, jetzt haben wir hier so viele Millionen Milliarden Technik. Ich würd's jetzt gerne nochmal laden, noch einfach zu gucken, ob das irgendwas... Theoretisch können wir das auch morgen machen, weil das die Technik... Wir können die Technik hier grad stehen lassen. Ich mein, wir haben eh nix zu tun grad. Wir haben Semesterferien tatsächlich. Ich hab was zu tun. Morgen. Hast du morgen was zu tun? Morgen Abend? Ich arbeite Vormittag. Ja, siehste, aber morgen Abend hast du nix zu tun. Muss ich gucken, ob ich meine... Jetzt steht ja jetzt, das kann man wirklich dann mal um 18 Uhr anfangen. Hey, wollen wir da auch ein Kontrollern machen? Was? Wir können auch mit vier Kontrollern hier... Ja, können wir das noch machen. Aber wir sind zwei Stunden vorbei, dann hab ich Mitternacht. Du hast Mitternacht. Ja. Nur du. Hey Leute, ihr müsst das auch essen, ich darf da nicht so viel von essen. Ja. Warum isst du's denn? Weil's da steht! Und weil's voll Gutes. Ich war auch überrascht grade, ich hab mit dem seit langem... Wenn ich einen Topf von Muni hinstellen würde, würdest du ihn auch essen, wann er da steht? Okay, weil's da steht und da kann... Du kannst froh sein, dass die Batterien noch da sind. Das ist aber auch nur, weil die noch eingespeichert sind. Hat dein Laptop eigentlich schon Macken oder ist er noch ganz? Was sind das eigentlich für welche? Alkaline. Du weißt, ich geh sehr sorgsam auf. Ah, Alkaline sind doch glaub ich gut für den Blutzucker, oder? Hab ich gehört. Blutzucker! Was? Mein Vater sagt City Skylines. Ja. Ja. Hallo Janas Vater. Alles okay bei dir? City Skylines? Ja Papa, ich spiele City Skylines. Nein. Und dann so, ich habe keine Tochter. Nein, er schaut sich das glaube ich nicht an. Du wolltest ja tatsächlich noch einen Unterschied hören zu SimCity, ne? War nur mal ein Vorschlag, also, dass man mal grad betrachtet, was eigentlich so der Unterschied wie SimCity ist. Das neue, SimCity oder das alte? Irgendwie... Welches neu ist SimCity? Also ich mein City Skylines... Also ich sag mal, es waren ja viele Leute, glaube ich von... Ja. Ja klar, deswegen meine ich ja jetzt die Unterschiede hier. Ach Gott, sag ich drück hier Ständel auf. Ach Gott, sag sagt er. Shame on you. Ja? Piep! Heidenei. Ähm... Ja, Unterschiede und so weiter. Ja gut, SimCity war natürlich der Reinfall des Jahrhunderts. Super schön. Die kleine. Darf ich eine bewegen? Ganz kurz? Warum, ja? Nein. Ich würd gern kurz... Auf Klo gehen? Nein. Wir haben viele Fetisch hier, ne? Weißt du, das kommt auch nur von dir. Du willst den Bildschirm abfilmen? Ich bin ein sehr toleranter Mensch. Also die Kamera mit dem größten Stativ, ne? Warum willst du die bewegen? Was tut sie? Warum machst du das? Es ist geil zu sein, dass halt auch alles auf der Kamera drauf ist. Sie können ja die Bewegung nicht aufschalten. Klar. Ich seh nicht. Ach, sie möchte... So. Einfach mal die Bremsen lösen, ne? Ich hab genau dieselbe Kamera. Okay, warte. Äh, jetzt fangen wir an. Fangen wir bitte anzuerzählen. Über? Äh, was du gerade erzählt. Ach, SimCity oder? Ach so. Bitte. Bitte in die Kamera und erzähl mal. Warum? Hallo, ich bin Philipp. Wir brauchen so ne schwarze Wand, wo er sich das so vorstellt und dir was SimCity abricht. Nein, wir brauchen so ne Werbeband von hinten, die so direkt hier hinter mir ist. Nein, SimCity. Dafür, dass du Kamera leernst? Hast du das genug wirklich von mir angesehen? Nein, nein, nein. Okay, bitteschön. Ihr Close-Up für das Plädoyer gegen SimCity. Plädoyer gegen SimCity? Ich sag mir, dass ich eigentlich blöde wehe für Cities... Egal. Ja, SimCity war ne nette Idee, hat nicht funktioniert. Warum? Dieser ganze Online-Zwang. Ach Quatsch, der war super. Ja, der Online-Zwang, der von den Entwicklern von EA oder von, ich weiß gar nicht, wer da Head-Entwickler war, tatsächlich gesagt wurde, so, nein, das geht nicht ohne Internet. Eine Woche später kam Mod auf Reddit raus, glaube ich, der genau das Gegenteil gemacht hat. Zwei Zeilen-Codes. Zwei Zeilen-Codes, ja. War nicht so nett? Hallo. Hast du unsere Technik entblößt? Oh nein, ganz China weiß jetzt, was wir nutzen zum Streamen. Die alte Technik von vor 30 Jahren. Hä? Hä? Ich meine, das sieht ja noch einiger als ein gut aus. Du mögst hier nehmen an die Kameras. Die sind günstig, die kosten 10er oder so. Die Kameras oder die andere Technik? Nee, die andere Technik nicht. Daran hab ich mir... Ach, das ist der Scheiß, aber wir warten noch. Ja. Ah, jetzt sieht er die Kamera. Ha, 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 ha. Oh, 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 es hat... So. Weil wir so professionell sind. So. Leben ist stativ. Jetzt können wir doch nochmal ein Ding reißen. Ja? Hast du nochmal drüber? So, jetzt sagt, du bist nicht mehr drauf. Ist jetzt natürlich die Frage, ob es jetzt auch dann direkt wieder... Ist das noch klein zu sehen oder? Nö. Das können sie sehen da. Okay. Ja. Vielleicht in Nahaufnahme. Eigentlich sollte es auch eine davon in Nahaufnahme werden. Hab ich mir so gedacht. Also das gilt irgendwie, ne? Also jetzt bleibt es da. Jetzt bleibt es da. Passt doch nicht aufs Aufschau schnell. Komisch. Ich hatte es vorher auch nicht aufschau. Jetzt können wir es knackig ausziehen und doch noch weiter streamen. Genau. Also, normalerweise... Achso, noch gegen SimCity oder? Nee, du machst jetzt erstmal... Erstmal machst du jetzt ein... Ich laber jetzt hier mal was kurz zu meinem Triefwurt. So, ihr seht hier so eine wunderschöne Kirche. Ihr seht hier einen wunderschönen Marktplatz. Da fehlen noch zwei, drei Gebäude, die ließen vor uns ab und zu mal, weil ich zu wenig RAM auf meinem Laptop hab. Witzigerweise, ich hab 16 GB RAM auf meinem Laptop. Das Spiel braucht 25. Das sind zehn mehr als benötigt. Das passt so irgendwie nicht. Hast du jetzt genug rumgewackelt? Nein. Sie wackelt die ganze Zeit und filmt meine Pickel. Ja, man merkt... Also du weißt, dass ich Anti-Shaking immer aufhör. Jeder andere kann sehr nicht filmen. Das ist schon okay. Ich mach's ihnen mit. Das ist richtig. Also ein großer Pity. Ich muss aber ehrlich sagen, diese Kameras sind auch nicht besonders Nutzerpunkt. Ach, warte. Und nachher kommt die graue Grütze irgendwo raus, ne? Eww. Das war tatsächlich vorhin ein Bug. Interessant. Das hat sich jetzt auch noch nicht. Ähm. Es war ein Feature. Ja. Es war ein Feature. Natürlich. Auf Laden verschwindet er schon mal, ne? Genau. City Skalands letztes Design. Das war zuvor so ein bisschen mit angedeutet hat. Mit dem rumschieben und diese Polizei und was auch nicht alles. Wir haben hier jeder einzelne Baum, jedes einzelne Haus und jede Straße ist in der Hand. Also alles. Yay. Ja. 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 Genau. Danke. Wuhuuu. Also. Ihr dürft wieder aufhören. Genug. Genug. Sorry. Genug Schiong. Genug. Genau. So. Das heißt, es ist hier die Kunst alles so darzustellen, wie das in der rein theoretisch der A in die Innenstadt tatsächlich auch der Fall sein könnte. Was ist denn? Ah, herrlich. Aber ich mag die Kameras, auch wenn die belichten. Das Bild von denen ist auch okay. Ja, aber die Bedienung nicht. Ne, das stimmt. Die Bedienung ist immer der Tod, weil ich vor allem, wenn zwei Kameras immer ins Menü gehen muss, einfach nur, damit es einfach nicht die ganze Kameraeinstellung immer anzeigt. Topschnitte A sagt, vielleicht du hast echt schöne Zähne. Ich weiß ja nicht, ob das ohne Zähne ist. Sarkastisch oder wie auch immer. Also nett war es bestimmt nicht. Ich habe vor einiger Zeit habe ich das mal irgendwo während einer Prüfungsvorbereitung vor, ich glaube zwei Jahren, habe ich das mal entdeckt auf YouTube, dass es hier doch tatsächlich irgendwelche Idioten gibt, die tatsächlich eine Welt, also so medellbauartig sich das irgendwie nachbauen. Und da ich schon einige Grundzüge davon kannte, so ein, zwei Mods hatte ich schon und einen Haufen Gebäude dazu, die ich aber noch in einem normalen Spiel so irgendwie mit reingebracht habe, hat mich das irgendwann so fasziniert, dass ich während der Prüfungsphase oder direkt danach, ich weiß gar nicht mehr, noch angefangen habe, mir so ein Ding vorzubereiten. Du hast Ding gesagt. Übrigens, Topschnitte A sagt nicht so bescheiden. Achso. Wegen den Zähnen. Achso, ja, gut. Also, Zahnarzt, dann mal wieder fertig. Ja, bei mir. Also, Philips Zahnarzt, bitte schick ihm eine Erinnerungskarte. Ne, ich hab, ich muss mal Anflock vom Zahnarzt, muss man nehmen, ich war glaube ich seit drei Jahren nicht mehr beim Arzt. Ne, seit vier Jahren nicht mehr beim Arzt und seit zwei Jahren beim Zahnarzt. Ich hab er nicht. Ja. Oh, da drückst du dich vor. Er will den anderen auch noch raus machen, der tut du weh, also ja. Es gibt ja auch noch Leute, dann lässt du den anderen lieber weh haben. Also, wollt ihr vielleicht noch irgendeinen Krankheitsstand oder so? Das wäre sehr gut. Also, alle fragen die an Flyke in den Chat. Das ist immer noch die Kamera. Achso, jetzt ist so gewesen. Sorry. So, und dann baut man das hier. Das sind die ganzen hohen Platten. Ich finde, immer noch... Jede Platte einzeln. Ja, jeder Stein einzeln. Jeder Stein einzeln. Jede Stein einzeln. Das ist so eine Quadrate. Hey, nimm mal wieder Flyke. Die mal hier so rum rumschieben kann. Das ist viel lustiger. Ja. Das ist eigentlich Farb. Ich finde es so geil, wie oft die Farben halt von allen Kameras sind. Ist sehr grün. Du siehst krank aus. Aber nur recht blickst du siehst? Ja. Jaja, tatsächlich. Ja, weil da ist glaube ich nicht der Auto weiterfleisch drin. Weil ich den ausgemacht hab. Sieht tatsächlich etwas befreulich aus. Nein. Dann baut man sich das hier zusammen. Der erste Part tatsächlich war die Kirche. Weil die Kirche bleibt im Dorf. Yhyhyhyhy. Yhyhyhyhyhy. Immer wieder den Kalor. Dumptisch! Aber ich finde die Gräber sehr lustig angeordnet. Ja. Kannst du die Grabsteine auch mit lustigen Sachen beschreiben. Schade. Kann ich dir nicht. Sowas wie, was steht auf dem Grabsteinantel eines Mathematikers. Damit hat er nicht gerechnet. Yhyhyhyhyhy Was macht ein Mathematiker am Schimmfahn, er rechnet mit Röchen? Warum hast du ja nicht keinen? Oho. Und dann baut man sich hier so einen Parkplatz vor. Weißt du, hast du denn mit dem Schifahr? Habe ich schon errechnete Brüchen. Mathematiker-Lehrer? Ja, was macht ein Mathematiker beim Schifahren errechnete Brüchen? Ja genau, überlegt man sich, was macht man hier als Badhaus für so eine ganze Region. Ich meine, man baut das hier ein bisschen raus. Wie lange sitzt du jetzt da dran schon? Das könnte sein. Das ist der Chat? Ja. An dieser Stadt. Ich schaff das mal. Das macht keinen Sinn. Das ist da, das ist da, hier umgebaut. Ja, das ist auch nur Landschaft. Also tatsächlich, ich kann jetzt natürlich dilettantisch hergehen und irgendwelchen Schrott da reinmachen. Ich zeig's kurz mal. Wenn's denn geht. Weil dein Laptop braucht grad sehr lang. Hä? Ja. Mein Laptop. Äh, dein PC. Ich kann jetzt natürlich hingehen und hier einfach einen großen Pinsel nehmen. Damit du auch meinen großen Pinsel benutzt. Und hier sowas rein in die Landschaft reinklatschen, das sieht immer hässlich aus. Hä? Ich finde das wunderschön. Das ist doch. Das ist Kunst. Oder kann das weg? Ja, hallo. Ist das jetzt nicht so schön? Hallo, das ist Kunst. Oder kann das weg? Ja. Quatsch. Quatsch. Ja. Man kommt dann auf so Ideen. Man macht das irgendwie an allen Ecken und Enden der Karte. Ja. Ich weiß nicht. Sowas wie hier. Ja, da wollte ich eigentlich noch so einen Glanzdorf drumrum bauen. Hier so ein bisschen eine Straße hochlegen. So richtig schön. So eine Bergstadt. So hier vielleicht auch so eine Stadt oder so. Also es ist quasi ein modernes Modelleisenbahn. Ja, genau. Nicht Modelleisenbahn, aber Modellbahn. Bahn gibt's auch, ne? Nee, Bahn gibt's auch. Da gibt's aber einen anderen Führer. Der arbeitet irgendwo bei irgendeiner Bahngesellschaft. Nicht bei der Deutschen Bahn. Irgendwo anders hat er mal irgendwo in irgendeiner Folge gesagt. Der verkünschtelt sich an seinen Bahnhöfen da direkt. Ja, das tue ich jetzt nicht. Weil man auch sagen muss, ich hab hier einen Tunnel, einen Kehrtunnel und einen Gitterjohu. Also das ist schon sehr verkünschtelt, ne? Man verkünschtelt sich aber hier dann einfach und haut sich dann sowas plötzlich rein. Obwohl man eigentlich hier grad am Däckewerkraum ist. So und dann trifft er mal ab und denkt sie so, jo, eigentlich wollte ich ja hier endlich fertig bauen, ne? Man macht, also es ist aber schön, wenn man das dann sieht. Wenn's dann auch funktioniert. Ich finde das ist einfach nur wahnsinnig spannend. Ich find's total cool. Würde ich sie auch nicht machen. Ich hatte es. Ich hatte es. Ich hatte es. Ich habe tausend Stunden. Wieso habe ich so viele Stunden da drin? Ich habe tausend Stunden im Spiel verbracht, um es zu hassen. Ja, man baut sich das hier halt auch so zusammen. Keine Ahnung. In jeder Minute hasse ich es mehr. Man baut sowas. Jemand anderes? Das, was ich eigentlich wollte. Das bist du? Den Holt-Cluster? Ne, auch nicht. Ah, da wollte ich. Das sind dann nur so diese Bienenäße. Man baut sich das halt alles so zusammen, setzt es hin und guckt halt, dass es möglichst irgendwie real aussieht. Und dass es auch noch funktional ist. Also jeder dieser Fabriken hier, die hat tatsächlich auch Arbeitsplätze. Ich mach mal guck mal. Jawohl, 25 Abräuter maximal in so einer riesen Halle. Ja, was brauchst du mehr? Also 25 Leute reicht ja völlig alles automatisiert. Ich mein, du bist ja im Jahr schon 20.060. Äh, 20.46. Es gibt Arbeiter, da meckert er sogar, dass er nicht genug Arbeiter hat. Es ist, es gibt irgendwo so ein Mod, da wohnt, da arbeiten vier Stück drin. Ja, alles automatisiert, brauchst auch keine Ahnung. Also das halte ich auch für ein Gerücht, dann müssen wir mal ein paar mehr rein. Ähm, ja, da hat man auf jeden Fall Möglichkeiten sich da so auszutoben. Das Problem ist nur, ich seht jetzt hier so einen Berghang, so ein bisschen auf dieser Holzstapel oder sowas. Das frisst natürlich, also auf meinem Laptop würde jetzt hier oben wahrscheinlich irgendwo die FPS da rumdünkeln. Die würde wahrscheinlich sagen so 5 Frames die Sekunde oder sowas. Und das bei niedrigster Auflösung, der Grund, ganz easy. Ja. Ach. Das sind alles Gegenstände, das sind alles einzelne Gegenstände, die ich ineinander glitsch halt einfach. Aber die Holzstämme nicht, oder? Doch, die Holzstämme sind eigentlich... Wäre natürlich wesentlich performant, da wäre es einer, ne? Ja, genau. Aber die Holz... Das sind so einzelne Holzstapel, die ich halt aneinander auf die Höhe anpasse. Ach. So. Und dann kann man sich vorstellen, wenn ich das hier überall so mache... Ja gut, das sind zum Glück keine Sachen, die sich so krass bewegen wie Holzstämme. Ne, tatsächlich. Also wenn die sich bewegen, dann ist irgendwas so gut gelaufen. Ja, aber das ist natürlich hier auch, das sind so einzelne Holzstapel. Also da ist nur das einzelne nebendran. Geht man hier weiter, sieht man, dass das dahinter noch weiter und weiter und weiter. Und hier dieses Wiesenlager. Das sind jetzt natürlich alles, keine Ahnung, auf engstem Raum wahrscheinlich 5000 Objekte. Ich bewege das mal. Ne, das sind so Sachen, da verkünstelt man sich. Aber das Ergebnis ist halt, es sieht halt zum Schluss einfach geil aus. Also ich meine, so ein Holzlager irgendwo an der Straße, jo, sieht halt genauso aus irgendwie. Man fährt hier irgendwo lang. Du, 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 du. Kannst du da eigentlich ganz rein, oder? Ne, also das ist ein Narrste, was ich gerade hinkriege. Ja, es gibt noch eine Mod dafür, die sagt, jo, du kannst hier in die wie ich Perspektive mitfahren. Aber das macht nicht viel Sinn, weil da sieht man nicht so viel. Weil auch hier ja schon wahnsinnig die Framerate in den Keller geht. Und der Matze, der sagt, er hat eine gute Grafikkarte. Ne, ich hab nicht. Gute oder so. Was hast du denn drin? Äh... Ja, du ext... Titan? Ne, 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 ne. Das ist eine Radeon, ähm, äh, 390 oder sowas dann. Ach, Tobi. Im Stream Zuschauer, äh, inzwischen der vierte, namens Tobi, hätte gern, dass Joscha ihn grüßt. Hallo Tobi. Wer ist... Warum hab ich da jetzt einen bestimmten Kerl hinkriegt? Weil du homosexuell bist. Ne, 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 anderer Tobi. Ne, ne, nicht der andere Tobi. Hättest du was daran auszusetzen, wenn ich homosexuell wäre? Ich wollte dich grad zum Date einladen. Ah, wunderbarer Sticker. Er hat eine Freundin. Freundin. Genau. So, damit man natürlich alle Framerate spart, weißt man halt hier einfach mal alle Bäumchen ab. Das spart sehr viel und ungemein. Er hat schon im Stream geschrieben und wurde ignoriert. Ja, sorry. Ich war grad auf Facebook. Ach so. Ey, 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 ey. Ich bin mir am überlegen, ob ich hier nicht einfach ein Visier einsetzt. Der dann hier raus... Komm, das mach ich jetzt einfach. Das find ich voll geil. Immer diese schön basteln. Ja, genau. Aber das ist halt Sinn und Zweck von so einem Netzdesign. So. Ja. Was ist das jetzt dann? Das ist jetzt eine Wasserquelle. Ah, die Höhe durchsetzt. So. Genau. Damit ich da hinten natürlich noch sparen, machen wir hier mal die ganze... Oh, shit, ey. Oh, weg. Äh, Kumbalia, was ich schätze, ist Julia Kumbach, sagt, wie kommt die Konstellation bitte zustande? Aus Versehen. Also normalerweise geht das bei mir so. Ich geh zu den Leuten hin und sag, hallo, ich bin Matze, möchtest du in meinem Stream mitmachen? So hab ich Reif bekommen. So, wenn die Leute Nein sagen, dann lutscht er ihnen ein. Nein, wenn die Leute Nein sagen, dann frage ich, riecht dieser Lappen völlig nach Chloroform. Und schon sitzt sie im Livestream drin. Genau. Ähm, ja. So, ihr seht jetzt hier. Wird saubig. Es fängt an natürlich. Ich weiß. Es ist einfach mein natürlicher Charme. Mein natürlicher Charme. Lieber eine mit dem Chloroform. So. Warte, warte, warte. Ah, es steht noch alles. Oh Gott. Ja, und dann baut man sich hier halt durch die Gegend, ne? So, dann baut man hier irgendwas hinzu. Findet hier so einen schönen Park aus Versehen irgendwo im Menü drin. Setzt den irgendwo in die Landschaft rein. So wie hier hinten ungefähr. Das Ding. Habe ich auch aus Versehen, ja. Nieren sagt, sehr interessant. Ah. Sie sagt, die ist sehr ironisch. Das weiß ich jetzt schon. Warum haben wir jetzt Leute her? Ja. Keine Ahnung, vielleicht haben sie jetzt auch tatsächlich eingeschalten. Ne, jetzt haben sie Zeit. Das Ding ist rein, verursacht ich mal mit vier Zuschauer. Und Mobile? Nein. Hier sind ein paar Bots noch. Ach so, ja. Ach so, ja. Wir haben ein paar, ja, ich hab ein paar Bots, die ab und zu machen. Da genau. Hype Bot und Coop the Grace. Ja, es gibt eine Seite, Restream hat automatisierte Bots schon mal drauf. Das ist aber trotzdem, frage ich mich. Ah, jetzt haben wir fünf. Ja gut, dann ist es okay. Dann ist es okay. Dann ist es okay. Dann ist es okay. Dann haben wir fast zehn Bots, glaub ich, auf unser Ding mal angesetzt und solche Sachen dann. Okay. Und die vergessen auszuschalten und dann guckst du mal drauf. Irgendwie lebt da noch ein P10-Eck und dann war da halt irgendwie zehn Stunden YouTube-Zeit, weil sie halt nur von Video zu Video irgendwie gesprungen sind. Weil sobald unser Stream halt aufgehört hat, sind die halt zum nächsten Video halt hingegangen und dann war halt auch wieder das Klischee vom Bot, es war wieder bei Katzenvideos. Natürlich. Ohhhh. Also zum einen an die beiden neu zuschalten und jetzt habt ihr leider verpasst, wie ich super hässlich Kuchen esse. Also wir können... Wir haben noch Kuchen. Wir haben noch Kuchen. Nein. Es war sehr lustig. Das ist für den nächsten Ladebaden. Und zum zweiten danke, dass ihr meinen Facebook-Post gesehen habt. Ja, das ist total toll. Ja, man findet halt in den Menüs irgendwann irgendwo irgendwelchen Schrott, so wie zum Beispiel dieses Spa oder dieses Bad oder was weiß ich. Denkt sich, cool, da kann ich irgendwann noch so eine Gesundheitsklinik, Erholungs- irgendwas-Zentrum irgendwo hinsetzen. Mein Plan ist... Die Burg? Nein, entweder hier drüben hin, so richtig schön eingefasst. An der Straße? Ja, das muss ich mir noch überlegen. Ich finde das geil. Oder was steht da eigentlich rum? Ja, was steht da eigentlich rum? Das ist eine Kirche. Ahhhh. Das ist so eine Kapelle, so eine kleine... Und warum hat die Müll? Ich habe keine Ahnung, warum die auch Polizei und Wasser braucht. Also, ich meine, bei war es doch okay. Ja, Toiletten und sowas dann... Ja genau, in der Kirche. Dann haben Kirchentoiletten. Eben. So und immer. So, und ich hab mir... Bin, gehst du immer da in die Ecken rein oder was? Oh, diese Katedrale, also... Freikirche? Sorry. Ja. Keine Ahnung, ich finde mich mit Kirche. Ich habe mir schon überlegt, du hast noch nie in der Toilette mit Kirche gesehen. Hast du gehört, was du mir gesagt hast? Hä? Ich habe mir schon eine Toilette mit Kirche gesehen. Ja, das hat er, glaube ich, gerade gesagt, oder? Moment, ich bin mir jetzt nicht hundert Prozent nicht sicher, aber das ist doch, was ich gehört habe. Tsunami. Nein, wir machen hier jetzt kein Tsunami. Im Bergsee kannst du doch ein Tsunami machen, da passiert ja nichts. Nein, das geht nicht. Das ist die Katze. So, hey, das gefällt mir tatsächlich, das speichere ich direkt ab. So, jetzt haben wir ja immer wieder ein bisschen Zeit. Ne, das Speichern geht relativ schnell. Meteor. Okay. Das Speichern geht schnell. Oh, ein Meteor in das Wasser. Nein, machen wir jetzt nicht. Blitz in das Wasser. Blitz in das Wasser. Blitz in das Wasser. Nein, dann haben wir Feuer, da geht die Karte nicht mehr aus. Ja, Feuer in das Wasser. Im Wasser. Brennen wir ins Wasser. Nein, aber die Blitze. Ein Zuschauer fragte, wie wir auf die Idee gekommen sind. Matze und ich haben irgendwie diskutiert über Stream und City Skylines und irgendwie kam dann plötzlich die Idee, ich weiß gar nicht mehr wer sie hatte, so, ja dann machen wir das einfach per Stream. Ja wann? Ja, das nächste Mal? Ja, aber da ist Fasnach. Also nach, also auf jeden Fall nach der Prüfungshalle. Ja, da ist Fasnach. Ja, also nach Fasnach. Ja. Ja, und zack saßen wir, also sitzen wir hier zu dritter, äh, zu viert da. Tut mir leid. Ja, äh, ich wusste auch gar nicht, dass da noch andere kommen und er meinte vorher nur so, ja, also die anderen, ah, hier die kleine Blonde von GLF kommt auch noch. Ey, hallo, ich hab auch eine Haare. Ich hab gar nicht klein gesagt. Ich hab pinke Haare. Übrigens, äh, mir wird hier grad der Chat gesagt, äh, ich bin auch pro Tsunami, erfüll deinen Zuschauernwünsche. Du hast ja grad eben gespeichert, du kannst hier noch einen extra Speicher machen. Schon wieder. Aber es tut ihm, ihr müsst es halt, ihr versteht, also ich hör, ich spür das bis hier, wie sein Herz blutet, sobald ihr irgendwas Schlimmes da macht. Tsunami. Ja eben, äh, ich mein, ich hab ja ungefähr 400 Stunden, 300, 400 Stunden. Aber du hast ja gespeichert. Ja, ich hab gespeichert, es tut trotzdem weh. Äh, jetzt holen wir das so rum. Es ist quasi wie ein Kind, das wächst und dann machst du... Ja eben, und dann machen wir's mit 80 kaputt, außerdem bin ich Ex-Soldat, da gibt's keine Zerstörung. Äh, darf ich kurz auf die Paradoxität dieser Aussage hinweisen? Ein Soldat ist da, um zu schützen. Ja, aber nicht für die andere Seite. Wenn die andere Seite angreift, ist sie selber schuld. Miri sagt kleine blonde Smiley, danke dafür. Ich hab niemals klein und blond gesagt. Ich hab, äh blond hab ich gesagt. Wir haben hier übrigens dreimal Mr. Bean zu Hause. Tsunami. Ja, hör jetzt auf mit deinem scheiß Tsunami, Mann. Der kommt doch eh nix hoch. Ja, dann kannst du's doch machen, dann kannst du's doch machen. Miri sagt, ich will Wasser brennen sehen. Ja! Okay. Warte. Warte. Also ich hab so's Gefühl, da brennt nix. Dann mach das Brennen, dass sie mir das sehen. Der Zuschauer ist... Also da brennt nix. Ja dann musst du halt n Tsunami hochsetzen. Äh, Blitze. Blitze. Nein, das machen wir nicht. Blitze. Nein, weil die hier im gesamten Umkreis dann eintreffen. Mir ist doch egal. Nee. Das geht nicht mehr aus. Also dann ein Tsunami, ein Tsunami geht doch. Einmal einfach Tsunami. Da darf einfach die Hurricane drüber. Ah ja, stimmt. Ja, nee. Wollen wir nicht. Da. Flike ist nicht so kooperativ. Ein Tsunami und dann auch Flikes Nahaufnahme. Ah, Speichergrad. Oh ja. Bitte den Tsunami bitte einmal Flikes Nahaufnahme. Habt ihr das noch von vorne irgendwo? Was? Ähm, das ist ja noch da, oder? Ich meine, da kann man ja einfach... Ja, eben. Ja, da sind wir im Streamer da vorne. Wir haben vorhin, die Stadt haben ja mit Tsunami hingepascht. Ja. Äh, Julia und Miri, wir haben vorhin bei irgendwie, keine Ahnung, eine halben Stunde oder so. Man muss aber auch sagen, da war die Stadt eigentlich auch schon weg. Durch den Bug. Ja. Ja, irgendeinen Bug. Also wir haben das Spiel... Ja. Was ist hier passiert? Das Sägewerk. Genau das passiert, wenn man irgendwo Feuer setzt. Und ich hab eigentlich den Mod, dass das Feuer aus ist. Und es speichert hier oben grad und ich hab so ein ungutes Gefühl, dass das ewig speichert und nicht vorwärts kommt. Bleib drauf, bleib drauf. Ähm, Julia sagt Wirbelsturm. Die sagen viel, wenn du taglang bist. Welche, Julia? Grumbach. Klein, blond. Sitzt doch hier. Äh, Tobi sagt Jana frag mal bitte Joscha, ob er seine Note von der Bachelorarbeit schon hat. Hast du deine Note von der Bachelorarbeit schon? 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 Hast du deine Note schon? Nein. Ich hab meine Note noch nicht. Ja, guck mal, halt mal nach. Oh, zwei Nachrichten aus zwei Chats. Matze Mühl, Asta. Jooo, ich würd den blocken. Ich auch. Vielleicht spielt die Skylines oder Wirt in die Kommentare machen. 20.33 Uhr, haben wir echt so spät gestartet. Leute, 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 wir haben acht Zuschauer. Acht Zuschauer. Ja, jetzt kommen die alle vom Training und sowas dann. Äh, jetzt kommen alle nach Hause. Stimmt, Donnerstagabend, ja klar. Äh, Julia sagt, ich soll dir sagen, Freundin von Saskia. Dann war sie doch die Richtige und dachte, warum dachte ich gerade klein und blond? Äh, Tobi, ich hab keine Note. Warum hat dann gerade einer klein und blond gesagt? Ich? Sie ist klein als ich. Ja, aber sie ist noch nicht blond. Ich guck mal, ich guck mal. Ist sie blond? Ja, dunkelblond. Hast du nicht die App? Das ist für dich ein dunkelblond? Warum nicht? Noch eine App. Da bin ich auch blond. Erstmal schneide mal die andere Kamera und dann sag der Kamera mal, ob du deine Note schon hast. Ja, ich hab meine Note nicht. Danke. Er hat seine Note noch nicht. Sie auch nicht. Und er guckt gerade noch. Oh, ich guck grad. Ich hoffe noch, ob das Wunder der hat 0. Nee, ich bin noch angemeldet. Frau Dr. und Schneider. 5. Ja. Und 3. Ja, die brauchen das lange, um sich auf die 1 oder auf die 0,6. Wie ist denn das mit dem ERT-Seminar, gell? Ja. Eben, das sind ja sogar zum Schluss 15. Äh, mir wurde gerade gesagt, die Facecam läuft noch näher. Bitte einmal auf die Facecam. Ja. Aber der Zoom ist echt schön. Ich hätte nicht gedacht, dass er so gut funktioniert. Es ist immer eine Sache von wer zoopt. Achso, du siehst gar nichts. Ich sehe gar nichts. Oh. Ahja. 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 Jetzt sehe ich es hier gerade, ist das wuschelig. Ich weiß nicht, dass das gelungen ist. Aber ich glaube nicht, dass das gelungen ist. Nein. Genau das passiert. So. Weißt du, was zündest du auf Wasser an? Ich weiß nicht. Wer kommt auf diese Scheiß-Idee? Joshua, Tobi sagt, bei der Länge deiner Arbeit sollte das schneller gehen. Oh. Da hat er nicht ganz Unrecht. Wie viele Sachen hast du? 36. Ich sage es mal so. Einen Haufen Scheißen kannst du bewerten. Egal wie groß er ist. Wenn ich einen Haufen Scheißen sehe, dann ist das... Hast du das geschrieben, dass du noch irgendwie was machst? Er hat ganz viel... Ganz viele Bilder. Stereo, 3D-Film, Krams gemacht. Weißt du, er hat das ganze Zeug neu produziert, was wir bei Sarkis gemacht haben. Na also hier, das sieht gerade halt echt aus, wie so eine Pest, die sich verbreitet. Ja. Oha, dafür kann ich doch nichts. Ich bin so geboren. Das ist die Brian-Pest. Aber es geht wieder aus. Ihr seht es. Hier geht es langsam wieder aus. Aber es ist echt schön, wie sich das hier immer so... Genau, so. Vor allem, ich finde es aber gut, dass du die App... Zap. 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 Ja genau, dass ich die No Burn eigentlich habe. Aber ich glaube, die gilt nur für... Also Feuer von alleine. Okay. Und ich habe tatsächlich... Nein, was geht... Was? Das Holz brennt halt. Was geht? Ich würde gerne wissen, was hier gerade kaputt war. Hier. Das ist alles. Hä? Abgewandt. Nein, das geht eigentlich nicht. Weil ich eigentlich, wie ihr hier seht, habe ich die Mod. Oh, der ist gerade abgestürzt. Der ist gerade abgestürzt. Ja, der ist gerade eingestürzt. Das ist gerade eingestürzt. Sind auch immer gerade Menschen? Nein, sie brennen gerade. Aber die rennen davon. Das finde ich... Ja, weil ich hier auf mal drei habe. Sag doch, die rennen davon. So. Jetzt brennen sie gleich nicht mehr. Ich finde es ja geil, dass alles brennt ab, außer die Stapel und Holz. Ja, die bleiben stehen. Die brennen nicht. Genau. Das finde ich übrigens sehr... Eigentlich was betrifft. Ja, aber er brauche Arbeiter. Also Arbeitermangel, ne? Ja. Schön. Da will doch jemand arbeiten. Nicht genügend Arbeiter. Nicht genügend Arbeiter. Wenn du mal eine Firma hast, dann setze ich mich auch daneben und sage, da will doch jemand arbeiten. Aber er braucht halt viele Aufräume. Ja. So ist das Gebäude. Wenn man dich kennt, dann einfach mal weiter. So, das ist jetzt... Mein Kack, ne Kone? Ja, glücklich. Genau. Weil normalerweise sollte das aussehen wie hier vorne. Ach! Ne? So wie wir vorher überall gesehen haben. Äh, das hier ist... Irgendens lag dieses. Also wo ich die... Ich finde es halt geil. Einfach alles brennt. Alles verbrannt rum. Wo ich gerade gefunden habe. Also natürlich habe ich die Frage nachher ein bisschen angepasst. So Gelände und so, wie man sieht. Diesen ganzen Felsen hier und so. Ist schön, dass es gebrannt hat. Dann sieht man, wenn ich die Felsen mal. Naja, die habe ich vorher nicht gesehen. Ja, für lauter Burschwerk. Die Fabrik stand hier tatsächlich. Und da war schon von Anfang an so ein bisschen... Oh, so. Ähm, die, die... Der Gedanke, ich mache da hier das Sägewerk, das irgendwann aufgegeben wurde. Da macht man hier so einen Park hin mit so einem Leerpfad. So ein bisschen so leer und bla bla und so. So Kultur. Oh, übrigens. Ja, 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 ja. Wir haben wieder drei Zuschauer. Ähm, Julia sagt, zeig Flax Popel und ähm... Er würde ich aufmachen. Sie hat ihre Note auch noch nicht. Ja. Flax Popel? Ja, bitte Flax Popel zeigen. Kannst du bitte dich zurücklehnen und dann nochmal? Hier steht, zeig Flax Popel. Also, was die Zuschauer fordern... Ich kann nicht mehr sagen, dass das... Ich sollte endlich mal anfangen, wieder in den Chat zu schreiben. Und nein, das ist immer noch... Also, ich sollte endlich mal wieder anfangen, hier diesen guten Samtel lassen, wer in den Mund zückt. Also, die Kleine mit Kontrollen. So Glück ist das nicht auf Kamera. Doch. Aaaaaaah! Wräuchte noch einer, die irgendwie... Gibt mir eine Sekunde. Ja toll. Jetzt musst du dich widerstellen, oder? Ja jetzt ist... Der Moment ist vorbei. Der Moment ist vorbei. Just in case of another emergency. Zum Glück haben wir hier noch einen Sicherheitsparken. Den kann man immer dann werfen, wenn einem was passt. Hi! Hallo! Achtung, du läst doch ein Tsunami aus. Tsunami! Ja genau, ich packe das Lägewerk ab, aber nicht die Holzstapel neben dran. Ja. Wohlgemerkt. So. Und auch die Ölfässer, die da irgendwo rumstehen. Die stehen auch noch. Die stehen auch noch alle. Ja, das passiert, wenn man irgendwas tut, was man nicht tun sollte. Ich fänds jetzt lustig, wenn man jetzt zurückgeht und jetzt brennt der andere Ort. Miri fragt, ob wir alles machen, was sie fordern. Ja. Miriam, lehr ich. Fräse. Okay. So. Wo kommen die auf einmal alle her? Na ja, also wenn wir mal echt tatsächlich ein paar von hier Matze und so, ja, da ist auch schon eine Musik und das so richtig ist. Aber es ist da die... Wir kommen jetzt gerade alle nach Hause. Wunderschöne Felder. Guckt euch das an. Diese Idylle. Ich würd sie anzünden. Autos. Nein. So ein richtig schönes Feuer, genau. Das muss man wirklich spielen. So ein richtig schöner Parkplatz. Ja. Parkplatz. Hier. Ich hab euch... Ich hab tatsächlich... Ich hab das ja schon. Er hat schon mal einfach... Und da hat er schon mal Falschparker wieder aufgeschrieben. Fotokop. Philipp. Ja genau. Ja, aber den hat er ja schon vorher gezeigt in den Parkplatz. Hat hier einen wunderschönen Parkplatz. Ich find die Straße halt geil um diesen einen Baum. Diese krumme Straße. Wo? Und vor allem das eine ist die Louis-Straße und das andere ist die White-Straße. Das sind alle... Louis-White. Genau. Wie du gleich bemerken möchtest... Nein. Das ist eine Einbahnstraße. Ja. Das heißt... Das ist trotzdem kontraproduktiv. Es ist trotzdem... Das ist halt einfach so kurvig... Nein. Ich erzähl, weil... Die haben ja eine Buchshalter-Stelle dort. Aber die könntest du auch dahinten klatschen rechts und links, wenn da kein Baum in der Mitte wäre. Nein. Tatsächlich nicht. Doch. Achso, der Baum. Ich find das so schön. Ja. Also... Ich find da so geil... Die... Die Aussicht gerade. Weil's hinten alles verbrannt im Hintergrund. Aber die Tag... Rundherum so Fallout-mäßig. Also Fallout 3 könnt ihr auch spielen. Die Parkplätze stehen noch. Die Parkplätze stehen noch. Und die Solarzellen auch. Also Energie habt's noch, ne? Ja. Nur keine Arbeiter mehr. Wo die wohl waren. Tobi mobbt nur. Dann schmeißt ihn raus. Eben. Schmeiß ihn. Schmeiß ihn. Schmeiß ihn. Raus. Nein, er ist gemein. Ich will ihn zurück mobben. Will dich zurück mobben. Er hat... Was hat er denn geschrieben? Du willst unsere Zuschauer mobben. Er sagt, Yoshi soll immer wieder zum Friseur gehen. Das darf nur ich sagen. Du sollst immer wieder zum Friseur gehen. Hallo, das mach ich schnell bei mir drüben. Ich hab nen Haarschneider da und dann 5 Minuten... Also Leute, nächster Live-Stream. Nächster... Ja, schau, wir werden die Haare geschüttet. Ja. Kann aber nur bis 2... Machen wir einen Spenden live stream. Bei 50.000 machen wir's dann, ne? Bei 50.000 machen wir's dann, ne? Dann mach ich die Haare ganz pink. Dann mach ich die Haare ganz pink. Da kriegst du sogar den Großteil davon haben. Welche Währung? 25.000... 1 Euro. Bitcoin. Oh, find ich geil. 25.000... 1 Euro Stücke. Ja, dann kriegst du 25... Dann den Großteil bekommst. 25.000... Von 50.000... Dann kriegst du den Großteil. 25.000... Einfach nur noch Geld dafür wollen, dass du danach besser aussiehst. Naja... Wär das dann wie bei Germany's Next Popmodel beim Umsteigen. Das ist die einzige Folge, die die lohnt anzuschauen, weil die alle feulen. Übrigens hat mir vorhin ein Kommentar, was sagt dir, das ist besser als Germany's Next Popmodel. Yes! Ja! Wir haben unser Ziel erreicht. Wir haben ein Mindestmaß an Niveau eingefügt. Jetzt kann ich doch meinen Hintern zeigen, oder? Mehr als Heidi Klum. Aber die ist auch langsam alt. Also da habe ich auch schon gedacht. Es ist gut, das erkennt ihr ja gerade dieses 3D Fake Germany's Next Topmodel Plakat. Toi. Also gerade steht nur, Germany's Next Topmodel hat diese Kurzschrift davon. Und das ist mega lustig, weil ich denke mir immer, dass ich... Man könnte halt so gut ein Teenage-Mythen-Ninja-Turtle-Plakat draus machen. Tobi sagt... Das sage ich nur, weil eine Person gefragt hat, wer der Wuschelkopf in Kirchlingsbergen am schmutzigen Dunstieg war. Oh! Weiblich oder weiblich? Oh! Aber ich war da gar nicht. Aber ich war da gar nicht. Aber ich war da gar nicht. Tell me more. Tell me more. Und Julia sagt, dass er wohl genau heute das Umstyling kommt. Shit! Nein! Nein! Wir müssen unbedingt Germany's Next Topmodel schauen. Wir können dann direkt ins Livestream. Wir sehen, wie sie heulen. Wir können den Live-Dings... Wir machen den Stream. Ja und dann... Nee, Kommentare können wir machen. Wir dürfen nur nicht das zeigen. Aktiv. Miri sagt, die sind gleich dabei. Shane. Halt, ihr seid bei Germany's Next Topmodel. Ich will sehen, wie ihr umgestylt werdet. Das ist übrigens ein Penis-Käfig. Ich wollte mich auch schon mal bewerben. Nee, das ist übrigens ein Penis-Käfig. Deine Haare kommen. Mach mal die Finger weg. Und den Bart hast du... Das passt nicht. Hast du das grad wirklich gemacht? Das passt schon. Warte, warte. Da war da eigentlich mal so ein Deckel noch dabei. Nee, den hab ich vorhin gesucht. Den finde ich nicht. Den hab ich vorher weggekommen. Ich glaub, wir sind gleich vom Thema abgekommen. Nein, wir sind nicht vom Thema abgekommen. Ich mein, wir haben da ein Bild von dem da und uns klein. Ja, aber es speichert. Ja, aber es speichert hier. Ja, aber was soll ich noch dazu sagen, wenn ihr ständig ablenkt? Wie das Thema war. Tobi sagt, weiblich Mitte 40. Ist das denn Typ, Joscha? Ähm, ich würd sagen, ja. Weiblich. Also. Vor allem weiblich. Mitte 40 ist natürlich voll sein Ding. Ja, das ist voll mein Alter. Und das hab ich auf meiner Facebook-Seite gepostet. Ja, ich glaub, das ist eher dein Alter hier. Was? Weiblich für den Verzicht? Jura, Mann. Behaschen Sie sich. Ja. So, jetzt kommst du mal her. Julia sagt schon um 23 Uhr. Wär ich hier mit Abstand der Älteste, dann müsst ihr mir bitte hier jedes Mal schreiben, wenn irgendwas Lustiges passiert. Zum Beispiel, wenn sie der großen Blonden wieder die Haare so kurz schneiden und sie an sich freuen. Ich sag doch, wir können es dann einfach gleich Live-Kommentar machen. Ja, lass Live-Kommentar zu. Hey, wer von euch hat Bock auf Live-Kommentar zu der Umstyling-Variante von Germany's Next Topmodel? Bitte kommentieren. Wie lang gehen eure Livestreams aus? Ähm, also wir haben schon mal geschafft. Acht Stunden. Ach, easy. Easy. Nee, 10 Stunden. 10 Stunden. Ja, du musst ja nicht dabei sein bei Germany's Next Topmodel. Ja, ja, aber ich muss sie mit einer Schönwalt nehmen. Oh mein Gott. Miri mobbt nicht Julia öffentlich im Internet. Wie unhöflich. Wir haben auch noch Bettenplätze. Ja, stimmt, du kannst auch hier pennen. Nein. Ich bin mein eigenes Bett. Nein, du kriegst ein eigenes Bett bei mir. Nein, ich hab mein eigenes Bett bei mir zu Hause. Ach so. Was? Warum? Der war drüben, hättest du uns einfach dein Zimmer und ein Bett gegeben. Alter. Praktisch. Der spreche hat schon ganz schön lange. Ja. Ey, meine Haare sind nicht kaputt, sie sind pink. Das ist was anderes. Ey, erklär mir mal den Unterschied. Nein, der Unterschied ist, ich färbe sie nicht. Das heißt, ich mach sie nicht kaputt, ich töne sie nur und das ist vollkommen natürlich. Natürlich. Die Farbe wird nicht an Tieren getestet. Nein, an mir. Die Farbe wird jetzt nicht mehr an Tieren getestet, weil alle Tests durchgelaufen sind. Nein, nein, das ist echt nur Tönung. Ja, mich könnt ihr gerne, wenn ihr mir die Haare komplett pink machen wollt, immer gern. Ich nehm Schweineblut dafür. Ist das okay? Äh. Es ist nicht an Tieren getestet worden. Wenn ich nicht, wenn ich nicht. Keine Angst. Na, so ein bisschen. Wenn ich jetzt nicht mit Menschen in Kontakt treten müsste, um für sie zu arbeiten, dann wären wir meine Haare ganz pink. Oh. Meinte ich doch. Sofie-Clark-Straße. Ja. Die Sofie-Kreide-Straße. Das ist auch eine Mozi-Straßen-Benennung. Gibt's tatsächlich, weil hier ist die Primel zum Beispiel. Ja. Und hier die Popport. Und hier ist die Finch. Und hier ist die Außenblick-Base. Hier macht den Chat. Top-Schritte A sagt, das ist Bodyshaven und ich bin hier nicht geduldet. Danke Alex. Okay. Ja, aber er hat nicht Unrecht. Ja. Außer bei deinem Body. Und dann sagt Julia, ich meine Miri. Also das ist okay. Das ist natürlich eine sehr schöne Bushaltestelle. Die ist echt wow. Ja, die ist total wow. Ich glaub, da kommen die Tränen. Leute, die Dach-Konstellation ist besser als die vom Röstenplatz. Da regnet es. Ja, da regnet es. Nein. Hallo. Die ist besser als der Röstenplatz. Niemand hat gesagt, dass ein Dach wirklich funktionieren muss. Ich bin schön, wie die Aufgabe bei Sandra immer ist. Fotografiert urbanes Furtwagen und jeder fotografiert den Röstenplatz. Ja, das ist irgendwie auch noch das... Wir hatten Edeka. Ja. Ja. Kann man machen. Ich sag immer noch, Nightclub fotografieren. Welchen? Denn Rewe, der hat hier bis 10 auf. Wir nehmen einfach mal... Okay. Wir nehmen einfach den Matthias, stecken ihn in ein Kleid und stellen ihn vor den Engel. Und dann fotografieren wir Matthias in einem Kleid. Warum musst du mich dafür extra in ein Kleid stecken? Könnt ihr das auch einfach nicht jeden Donnerstag machen? Achso, was glaubt ihr, was ich jetzt danach machen werde? Zieh mir jetzt ein Kleid an und stell mich vor den Engel hin. Ja, irgendwie... Ja, irgendwie... Irgendwie muss ich ja mit dem Studium finanzieren. Ja... Es ist... Bitte durch die Einstellung Loch ist Loch. Ne, es geht ja eher darum, ähm... Deutsche, es wird niveaulos. Wir gehen wieder zurück zum Spiel. Mensch, geprostituierte... Ja, übrigens sieht man das halt gar nicht, Joshi. Was bist du eigentlich für ein Bild? Ah doch. Ne, da, wunderbar. Nevermind. Ja, ich guck immer auf den rechten Monitor. Ja, du musst aber auf den rechten Bildschirm ran gehen. Du musst auf den richtigen Bildschirm gucken. Wurde eigentlich diese Kamera schon jemals geschnitten heute? Ja. Ja. Zum Beispiel jetzt. Toll, danke. Ah! Ich würd ja klatschen, aber ich kann nicht. Hier liegt ein Stream Deck. Uh, was hab ich gedrückt? Hier liegt ein Stream Deck. Nein, alles brennt hatten wir grad. Julia sagt, die Aufgabe hatten wir nicht. Also, alles brennt hatten wir hier hinten. Und da darf ich jetzt natürlich... So schön neu. Sobald das Sales Game durch ist, darf ich dann wahrscheinlich erstmal wieder reparieren. Tsunami. Tsunami zum Löschen. Ne, 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 das funktioniert da oben nicht. Ihr habt's doch vorgesehen, Mann. Der ist bis hierher gekommen und das war's dann. Ja, der geht auch... Also, ich... Das einzige, was er überschwemmt hat, war das. Ja. Damit sind wir doch auch zufrieden. Hey, da hat's doch geregnet. Kannst du auch einfach Regen machen? Weiß ich nicht. Mit deinem Regentanz aufhören? Ja. Auf geht's. Mach mal die Kamera. Ja, schief. Ne? Die 3, bitte. Ach, die 3 hättest du gerne. Matthias, dein Regentanz. Ach so. Das jetzt kann ich's nicht mehr. Jetzt kommen wieder Leute zu. Äh, das war's ja vorher auch. Ja, das waren andere Leute. Also, du kannst nicht, wenn Leute gucken. Ne. Fast glaubst du, wenn ich jetzt noch nicht auf dem Boden gepinkelt hatte. Also, es gab schon Menschen, die gesagt haben, in dem Moment, ich kann nur, wenn Menschen gucken. Ja. Und es hat dann so geplätschert so. Und das ist deine... Aber das ist dann blöd. Was machen die allein zu Hause? Ja, eben. Ich glaub, die schalten sich ein Fußballspiel an. Ne, ich hab das... Ich mach das so immer. Wir haben zwei Kameras drin und dann immer können wir sagen, hey, ich muss grad auf Klo. Und dann... Ja. Also, zurück zum Spiel. Zurück zum Spiel. Zurück zum Spiel ist das. Zurück zum Ladebein. Zurück zum Ladebein. Genau, zurück zum Ladebein. Ich glaub, da ist grad irgendwo ein Bug. Du bist, ich weiß, wie er gelöst. Ja, einfach indem man einen Hurrikan durchsetzt. Halte vier. Halte vier. Oh, oh. Weißt du was, wo lustig wär? Man hätt einfach dann nochmal im Hintergrund irgendwo ein Porno aufmachen sollen, grad wenn er halt diese Sicht macht, mit einem durchschalten. Wobei, das wär jetzt mein PC, das wär jetzt nicht so lustig gewesen, aber... Ja, ich sag mal bei mir... Haben wir dann nicht sogar Copyright Infringement? Ja, leider schon. Aber das haben wir auch sowieso. Warum? Weil wir schon Musik abgespielt haben. Ihr sagt, mach den Weißen High. Und du hast es gemacht, also bist du schuldig. Ich wollt's nachsingen. Da-dam. Ist die falsche Kamera dafür. Da-dam. Achso, schön. Okay. Versagt. Versagt. Da-dam. Jetzt war einfach mal was. Einmal hübsch sein. Einmal was geiles machen. Nein. Ich wollt schon die ganze Zeit über meine Hose ausziehen. Ich spiel jetzt auf 60 Seconds. Hä? Nichts? Eine Runde. Was? Eine Runde 60 Seconds. Was ist denn das? Ja, eine Runde 60 Seconds. Das ist lustig. Das ist super. Wenn das auch nur annähernd ist, wie Cards Against Humanity. Nein, 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 nein. Es ist... Es geht um... Es hat zwar ein sehr... Es hat... Es kommt eine Atombombe drin vor. Ja, das ist wirklich das Schlimme. Nuclea Death. Siehste? Ja. Ich wollte einfach nur nochmal die Hühner hervorheben. Ich darf mal voll nicht darauf hinweisen, wie unlustig Nuclea Death ist. Davon aus... Nein, noch mal. Fuck. Fuck. Oh Gott, hat das jetzt aber lang gedauert. Ja, ein bisschen Delay hat sie doch gesagt. Der Chat hat zwei... Ein paar Sekunden Delay. Eben, bis es für ihr ankommen. Bis das verarbeitet ist. Du machst Witz über mich. Aber wenn ich nicht wäre, hättest du deine These gar nicht abgegeben. Na und? Man muss auch noch die These nicht immer abgeben. Weißt du, wahre Kunst muss nicht veröffentlicht werden. Hast du es mal gelesen? Dann reden wir nochmal über den Kunstfaktor. Wir gehen rüber zu den Kühlen. Du meinst kein Inhalt? Moment. Ich freu mich schon einfach mal drunter so fünf Anfragen. So dann drunter direkt, wie du irgendein Wort hast, wie ihr zugehört. Wir gehen gleich zu den Kühen. Danke. Zu den Kühen. Wir haben hier natürlich ganz nette Kuhfarmen. Und natürlich haben wir da hinten, wo wir auch gleich hingehen, noch Schafe. Das habe ich nicht. Wir haben hier noch... Oh. Wir gehen jetzt natürlich hier hoch. Haben hier natürlich... Nein, nicht Chewbacca. Wir haben hier natürlich wieder eine Kapelle. Die braucht übrigens Strom, Wasser und hat auch Müllabfuhr. Ja, sehr gut. Ich finde es übrigens cool, dass hier so ein Westfalia-Bus rumsteht. So ein VW Westfalia. Wie viele Kirchen gibt es da eigentlich? Viele. Das ist eine ländliche Region. Sogar mit eigenem... Eben mit eigenem Friedhof. Ja, genau. Kann man sich ein bisschen vorstellen. Wo kommen die ganzen Leute her? Ja, also Jahrhunderte alte Gräber. Ne? So, dann hast du hier wieder so ein schönes Feld. Hier mit Heuballen drauf. Ganz schön symmetrisch. Ja. Bisschen zu symmetrisch. Tatsächlich, ich habe es versucht etwas... Oh, da fehlt wieder ein Gebäude. Geil. Oh, du hast gespeichert. Oh, du hast gespeichert. Oh, es hat endlich gespeichert. Ja, dann. Ja, dann. So. Ja, dann. Ja, dann 60 Seconds. 60 Seconds. Ich habe keine Ahnung. Ja, das nicht. Genau. Hier sind übrigens jede Menge Schafe. Weißt du, du brauchst nicht für alles... Du kannst doch auch mal den Ton selber machen. Einfach nicht mehr klauen hier. Einfach selber machen. Lassen. Alleine machen lassen. Lassen. Aha. Hm. Was machst du da? Just. Also ich lasse einfach mal laufen. Eins der besten Sachen überhaupt. Wir gucken jetzt den Autos beim Fahren zu. Ah, ok. Wow. Die ist leicht musikalisch und normal. Was denn? Oh, jetzt musst du so über die Landschaft fliegen. Ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Okay. Ich habe bestimmt schon drei Mails so, hey. Wollen sie nicht mal auf YouTube freie Musik wechseln? Ich dachte, die Unicorns. Ach so, jetzt muss gleich die Musik kommen, ja, ne? Irgendwie sowas episches. Was episches? Ja, sowas, sowas, Drohnenflug. Episches. Die Standardklaviermusik, die jeder kann. So wurde dann... Das meinte ich. Danke. Danke. Ich sage es immer noch, wir müssen endlich die eigene App fertig machen. Ja, immer wie a sovereign Reaper. Ja, kommt das nicht mehr mit? Und wie es ruckelt. Ah. Ja. Und... Ja. Ja. Das hat mir bei den Schafen gebraucht. Ja. Ja. Ähm. Ja, also der Flug ist gleich vorbei. Hier. Warte, das kann man gleich nochmal. Dingchen. Nein. Nicht normal. Würde es besser hier passen? Das würde es schon mal besser machen. Und nicht einfach über Bäume. Und nicht ganz so schnell. Was machen wir hier gerade? Er drückt sich vor, dass wir Dings spielen. Wieso? 60 Seconds. Was ist denn das überhaupt? Das ist lustig. Ja, dann lass uns doch spielen. Ja. Ja, er drückt sich. Er will City spielen. Ja. Ja, natürlich will ich City. Okay. Abstimmung! Ich weiß nicht, über was wir abstimmen. Ja, so funktioniert es mit der Demokratie. Guck dir doch mal Brexit an. Ach so, ja. Wuh! Nein! Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Sie zeigt, dass sie Zehen gelernt hat. Super rückwärts. Ist das beim Bachelor of Arts Voraussetzung? Ah! Oh! Das hat er nicht gesagt! 4,5 und zwar geplant. Ja. Okay. Jetzt kommt der Wechsel noch. 60 Seconds dauert nicht lange. Eben. Ja, ich muss jetzt ja nochmal Werbung machen. Nein, länger. Also, wir brauchen noch irgendwelche Werbeanblendungen eigentlich. Die habe ich leider nicht mehr hinbekommen. Schade. Weil ich hatte noch andere Sachen zu tun. So, vielleicht für irgendwelche YouTube-Kanäle. Das wollte ich noch machen, aber ich habe leider nicht mehr hinbekommen, die Zeiten. Wir haben ja sogar Instagram fällt mir grad auf. Wir haben auch Twitter. Und irgendeine komische andere Seite, die ich mal gemacht habe. Hier ist eine Werbung für Vloggen. So. Du weißt schon, dass das schon eher problematisch wird. Ja. Ja. Das habe ich selbst aufgenommen. Okay, das geht ja dann noch. Ein Wunder, das Industriegebiet Adelheit. So schnell. Kannst du es ja mal speichern. Ja, ne Leonard. Das sind eh nur die ganze Zeit die Save-Games drauf. Ja, ich wurde überstimmt. Er macht doch jetzt alles dann. Okay, gut. Ich speichere trotzdem mal. Also ich habe jetzt eigentlich schon genug gespeichert. Aber einmal. Einmal speichern. Also ich kann den Witzplatz nehmen. Da-dam. 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 Da-da-dam. Kann da jemand einen Clip draus machen? Ja, bitte. Ein GIF. Wir haben es ja noch auf A4i gespalten. Warte, warte, warte. Du musst ein bisschen höher, bisschen höher. Ja, genau. Ach, bisschen höher. Ja! Ja! Ne, wir sind doch auf Twitch. auch, oder? Wir sind auch auf Twitch. Ja, das hätte ich gern davon. Und auf Steam. Wir sind doch noch auf Steam, also von dem her. Ja, wir streamen auch auf Steam. Ich weiß nicht warum, ich hab's mal eingestellt. Echt, wir auf Steam. Viele tatsächlich. Also ich war auch überrascht. Also das Restream war auch eine Seite, da hast du, wenn du besser... Das ist sehr schön. Wir haben jetzt das auf jeden Fall im Kasten. Das heißt, wir können da jede Menge tolle Gifs draus machen. Ja, wir haben sie aufgenommen. Ist jetzt die Frage, aber... Dein Spiel läuft ja immer noch. Ja, du speicherst es noch. Ja, ich speicher das jetzt noch mal endgültig, dann ist der letzte Stand weg. Julia fragt, sind die zwei Türme am Anfang des GHB? Tatsächlich? Ja, das ist die Planung. Das ist die Planung. Dass das hier die GHB-Türme werden. Das ist hier die Uni. Hier unten ist noch eine medizinische Fakultät. Ja, eine medizinische... Ja. Au! 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 Ja, es ist eine medizinische Fakultät, die sich darum kümmern soll. Und das Ganze soll hier noch ein bisschen am Berg hängen oder hier ein bisschen erweitert werden. So wie halt Furtwang auch so irgendwie Uni mitten im Wald und Berg drin. So mehr oder weniger. Dass man auch noch den Stress mit den Anwohnern hat, müsste ich noch mal gucken, ob ich irgendwo noch einen Vater Fängler da irgendwie reinkriege, dann kann der auch noch ein paar Strafzettel schreiben. Auch zu viel masturbiert. Du hast zu viel masturbiert. Das wissen wir alle. Du hast zu viel die Kamera in meiner Hand gehabt. Ich wollt grad sagen. Ja, sie war halt die, wo halt die Kamera gehalten hat. Du bist die eine, die immer filmt. Also du bist die Kamerafrau, die bei dem Typen dann irgendwie dahin filmt, wo keiner hin filmen will. Sie ist die, wo das Rotlicht halten muss. Eigentlich hat sie gar keine Kamera. Aber zum Glück kann sie das einhändigen. Hat sie für die andere Hand noch eine Beschäftigung. Wie man an der Verletzung ja offensichtlich sieht. Und es ist auch noch die rechte Hand, ne? Mit der linken hältst du die rote. Ja, das ist die rechte, weil die rechte schon mal kaputt war. Das machst du so abwechselnd immer dann. Du überlegst dir immer, welche Hand geht vorher kaputt. Ah, das heißt, du hast dann nicht so irgendwie so einen Tennisarm oder sowas, wie das bei Typen der Fall ist, sondern du hast dann tatsächlich eine rote Lampenarm. Ja, das ist jetzt. Er speichert. Es tut mir leid. Ja, sollte dir auch. Ja, es sind sehr komplexe Sachen. Währenddessen kann man es aber nochmal zeigen, so ne? Nö. Oh Gott. Doch. Ah, nein doch. Schon wieder weggemacht. Ich könnte jetzt hier einen Button geben. Nö. Aber. Es liegt direkt vor dir. Also, ob ich dir. Oh, guck mal. Da werden die Ding nochmal neu abgespielt. Oh, das hättest du auch mal was ihr raus wollt. Ich hab euch nicht zugehört. Was da? Ja, was ist damit? Dreckig. Da hast du sehr gut erkannt. Danke, Captain Obvious. Ja, von den Fraktoren, wo ich bleib. Schreib bei Matze. Schreib, du bist bei Matze mit Matze auf dem Sofa ganz eng zusammen. Und dass er gerade seine Hose auszieht. Man könnte natürlich auch einfach ein bescheuertes Selfie schicken. Eww. Toll. So einen langen Tennisarm habe ich jetzt nicht. Achtung. 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 Wo ist der Typ? Ja, ja. Die hätte auf den Livestream gucken können, ne? Aber was denn? Und dann fragt sie, oh Gott, er ist schon wieder besoffen. Nee, zum Glück nicht. Eben. Das Auto weißt du weg. Ich fahr auch nicht. Gell? Was bist du denn noch nüchtern? Ja, du, ich müssen nach Schonach. Julia, Spiele-Referat, waaat! Ich fahr dich nach Scholach und dann fahr ich... Ja, genau. Ich sag immer noch, dass sie nicht blond ist. Julia, Julia, klar ist die blond. Gut, unter Schwarzlicht nicht. Julia, du bist unter Schwarzlicht nicht blond, wie ich jetzt deinem Telegram-Profilbild entnehmen konnte. Seit ich Telegram habe, die Leute schreiben mich unaufgefordert an. Sollen die Scheiße? Normalerweise muss ich die immer anfragen, damit die mir eine Nachricht schicken, aber auf Tele... Hey, kannst du mir eine Nachricht schicken? Also unaufgefordert schreiben die mir auch immer, wenn sie eine Frage haben. Also, Matthias, Kopfschmitte A, nein, Kopfschmitte A, sagst du, was ist denn da? Deine Haare würde das sehr gut und einen Fakzen feiern. Sie sind sehr fettig vor allem, wenn ich das aus der Nähe sehe. Ja, als ob ich die nicht gewaschen hätte. Ja, hast du nicht. Ja, das hast du sehr gut erkannt. Ja, genau. Ich möchte mich die Haare dann bei dir abplanieren. Ja, natürlich, wo soll ich das sonst hin machen? Auf dem Sofa ist langsam zu viel Schmodder angesammelt. Ja, aber das ist ein Ledersofa, das ist gut für Sofa. Ja, das meine ich doch. Nein. Aber zu viel geht halt auch nicht. Weiß, irgendwann tropft der Teig halt. Nein, es speichert. Es speichert. Es speichert immer noch ab. Ich weiß nicht, warum es so lange geht. Der Rechner schafft doch bestimmt zwei Spiele gleichzeitig, oder? Was? Ich wollte gerade sagen. Natürlich schafft er mehrere Spiele gleichzeitig. Da läuft da jetzt OBS auch nicht drauf, oder? Natürlich. Ja, klar, dauert das zu lang. Das ist nicht an OBS. Nein, aber doch, OBS, also doch, die Zusammenhang. OBS hat bei kleineren Spielen bei mir so viel Rechenkapazität gefressen, dass City Scunners kaputt gingen. Davin Projects spielen auf Twitch und dann haben die Zuschauer die Möglichkeit dann schon... Ja, genau. Oh mein Gott, ich freu mich so drauf. Wann macht ihr das? Können wir morgen machen. Dafür muss man aber die Erweiterung aktivieren, dann für Davin Projects auch entsprechend. Ich muss ja gar nicht mitspielen. Ihr habt wahrscheinlich, einer von euch hat das zu spielen. Wie auf Steam oder sowas? Eben, dann kommst du... Ja, nein, nein, nein. Es geht darum, dass man auf Twitch quasi dann mit... Kann man mit Twitch verbinden und dann können die Leute da abstimmen, irgendwas. Ja. Und können dann... Weißt du, du kannst ja als Schollerrecker einfach mal eine Nuke oder Holz geben und dann eine Zone kippen. Und wenn du auf Twitch kippst, kannst du als Schollerrecker sagen, Zuschauer entscheiden lassen. Mhm. Und dann können die Zuschauer abstimmen, welche Zone zum Beispiel geschlossen wird oder denen sie Holz geben oder so. Hört sich an irgendwie wie Gary Smart. Nein. Nein. Also irgendwie hört sich das so an. Nein. Wir können ja mal... Guck dir doch mal rein. Aber wir brauchen sowieso... Wir sind jetzt erst vier. Wir bräuchten schon noch zwei Teile. Und vier hinter vier. Und vier, und vier, und vier, und vier, und vier. Und hinter vier, ja. Das heißt, wir spielen halt... Äh... Die Frage ist, wie spielen... Ich hab das Spiel noch nicht. Müssen wir uns da... Müssen wir mal drüber nachdenken. Matze, du hast doch bestimmt ein Auto da. Ein Auto da? Ja. Äh... Nein. Ähm... Irgendjemand hat... Die Nummer drei hat äh... Kein Strom mehr. Die Nummer drei hat keinen Strom. Das bist du. Oder ich aus. Ich glaub, das ist eher ausgemacht worden, oder? Es blinkt, dann nimmst einfach mal andere Batterien. Ja, du... Ja, also Jana, nicht hören. Also das wär ja wiederum ne Schande. Während hier das Spiel im Hintergrund immer speichert... Alter, das speichert genau so lang, wie es hochleert. Das liegt aber an irgendwas, was auf dem Rechner grad den wahnsinnig beschäftigt. Weil normalerweise... Du hast ja sogar deine eigene Festplatte. Ja. Ich hab extra für das... Dem Ding noch mein... Ah! Nein! Valentinstag! Ah! Ja. Ich hab auch nie gesagt, dass ich kompetent bin, sonst wär ich ja nicht hier. Äh... Wie viele... Also ich hab insgesamt können wir zehn Sprecher... Stimmen auch nicht. Weil wir haben noch zwei... Äh... Ich hab noch die 200er Besen. Äh... 200er Band. Band hab ich halt noch. Ach, ich mag das. Weil das sind halt... Weil ich... Der ist im Urlaub. Im Urlaub. Der ist seit... Gestern, ne? Ne, heute Nacht übergefahren. Ne, gestern Nacht übergefahren. Ne, gestern Nacht übergefahren. Weil ich einen halt der... Eben. Und ähm... Die anderen... Bei denen ist das dann egal. Die können auch nicht hier sein. Die können auch überall sonst sein. Das schwöre ich halt immer noch, ne? Ja. Und der hat... Der hat vorhin schon eine SD bekommen. Also der hat vor... Also es hat vorhin schon ewig gespeichert. Warum hast du nochmal gespeichert? Ja. Du hast doch sowieso deinem Sägewerk abgefackelt. Gell? Warum speicherst du überhaupt? So, ich leite das mal weiter. Ne, meiner macht auch schlapp so ein bisschen. Ja, wir hätten halt vielleicht die SD anmachen sollen, wenn wir anfangen zu streamen. Haben wir doch. Haben wir doch. So mehr oder weniger. Ne? Ich glaube, das war gefühlt vorher. Können wir Eneloop-Apus empfehlen? Also ich erinnere mich nur an... Ne, ich hab selber Akkus. Ne, ich hab... Jetzt kommt was von Tobi im Chat. Ich hab Akkus. Die liegen und gerade bei einem... Jetzt kommt was von Tobi im Chat. Ne, ich... Sieben Zuschauer, Leute. Sieben? Ja, sieben. War das Samstag, Tobi, ne? Glaub ich, sind ihnen wohl die ganze Zeit die Funken abgeraucht. Weil die Akkus irgendwie wohl nicht ganz so voll waren, wie sie eigentlich sein sollten. Ja, normal lade ich die immer vorher nochmal dann und sowas dann. Ja, 60 Seconds, ja. Wieso? Ja. Wir können es doch einfach mal abbrechen. Weil ich glaub, das ist jetzt... Das sieht jetzt aus, als ob das irgendwo sich aufgehangen hat dann. Weil so lange wir speichern... Das war vorhin genauso schon. Ja, wir können ja einfach Sexy-Weckers starten. Könnt ihr starten. Weil ich bin nur ganz kurz mal raus. Tschüss. Könnt ihr nicht, weil das Spiel ja noch läuft. Ja. Weil ich muss nämlich ganz kurz mal wegkriegen. Ah. War so eine Nöte-Stepper. Von deinem Anfang gespielt würde ich dachte, ey, voll ungroßig mehr von dir einfach zugehen. Also... Oh, möchten sie dieses Spiel spielen? Benutzer-Cast. Das gehört nicht mehr an dir. Das gehört dir nicht mehr an. Ja, du bist angemeldet. Nein. Ja, aber es wird halt noch auf... Ach so, stimmt. Du bist angemeldet. Oh! Ne, speichert immer noch. Schön. Das speichert einfach. Aber... Joscha gibt mir 32 Akkus und davon waren 8 voll. Ha! Es war fertig. Er ist tatsächlich noch da. Ja. Ja, nachdem Joscha ja dazu aufruft. Joscha gibt mir 32 Akkus und davon waren 8 voll. Haja, das kann schon mal passieren. Das ist ein typischer Joscha. Oh Gott, ist das schön, wenn Matze nicht mehr da ist. Das ist ein typischer Joscha. Oh, endlich eine Fußablage. Ich ziehe dir die Schuhe aus und hause dir so lange um die Ohre. Ich dachte, jetzt kriege ich eine Massage. Die Käsquante? Nein. Was weißt du, was meinst du? Ja, aber speichert das noch oder kann man es beenden? Ne, das speichert jetzt tatsächlich nicht mehr. Ah ja, cool. Oh mein Gott! Ja, es hat in dem Moment, wo ich jetzt auf dem Bühne bin, hat es aufgehört. Boah, das Verpacken weg! Joscha und der arme Andi musste dauernd zur Bühne rennen und die Akkus wechseln und feststellen, dass die Neuen auch wieder leer sind. Ah ja, ein bisschen Sport tut auch gut. Grüß an Andi! Den haben wir hart verarscht an Jonas Geburtstag. War lustig. Hast du mal gemacht? Hat ihn angerufen. Stimmt. Oh ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Hat ihn ganz spannend. Warum haben wir noch mal angerufen? Beenden? Weil du los musstest am nächsten Tag. Ah! Wegen Konzert. Stimmt. Ich wollte wissen. Oh, ich habe das Bühne beendet. Oh! Oh mein Gott! Willst du mal vielleicht nicht den Monit rauskriegen? Mach mal nicht. Weißt du das hier? Ah Mann! Sag mal, guckst du eigentlich nicht gescheit? Äh, rette Brühe. Guck selber ein wenig rum. Geh mal hinter die Kamera. Ja? Hinter welche Kamera? Ja, das war das an deinem Passwort nicht liegen. Ach so! Ich konnte lieber mit Pachtel sehen. Äh, ich muss es ganz kurz auf den Boden hinlegen. So. Wird schön hier, ne? Mittlerweile. Kann mal einer drücken. Tab, tab, tab. Tab, tab. Ah, das geht sehr gut. Du drückst mich da oben rein, oder was? Das war schön. Könnte man jetzt sagen. Das hätte er nicht gemerkt. Ne, das hätte ich auch nicht gemerkt. Aber das Passwort ist sowieso... Warte, ich kann mich nicht anmelden. Also ich kann mich jetzt gerade nicht anmelden. Okay, ich muss mal ganz kurz nochmal checken. Willst du es nicht speichern? Du hast es rausgeklickt. Hey, Passwort gespeichert. Also bei mir ist das standardmäßig gespeichert. Ja, bei mir auch. Ja, bei mir auch. Äh, ich weiß meins nicht mehr. Oh, Midweek Franchise. Wir haben hier... Ui, Tropico. Tropico. Ja, aber vier... Das sieht man grad gar nicht. Was sieht man gar nicht? Oh, man sieht es nicht. Ja, mein... Du bist der schlechteste Bildsmischer. Also wir haben vier... Ich wollte auch schon die ganze Zeit was sagen, aber ich glaube... Uns fehlt noch Computerbildschirmklein und wir groß. Was? Computerbildschirmklein und wir groß fehlt noch. Hier für 3,74. Und warum sollte man das brauchen? Wenn man sowas macht. Oh, da ist jemand live gewesen, ne? Oh mein Gott. Dürften wir... Oh mein Gott. Starten. Aufnahme auch nochmal starten. Danke, Flaik. Aufnahme läuft. Ja, dieser Stream ist für Flaik. Ne, es kommt gleich wieder. Kommt doch gleich wieder. Also Flaik hat sich gerade hier auf unser wunderbares Stream Deck gesetzt. Ja, es tut mir sehr leid. Warum legst du es eigentlich auch direkt neben... Es ist extra mit Verlängerungskabel. Ja, wo soll ich sonst hinlegen? Neben dich auf den Tisch! Leute. Ach, da hinten. Sorry. Da kommt aber keiner mehr dran. Doch. Du musst es auch drehen. Da kommt keiner mehr hinten. Also das ist... Also... Wer soll da hinkommen? Also keiner mehr. Er legt es neben sich. Das ist für den Gefallen und schneiden wir halt die Kamera, die ich kabeline. Moment. Ich brauche noch zwei. Aber ich habe eine Nachricht bekommen. Tollen Stream von Restream.io. Danke. Danke. Danke, Merkel. Danke. Aber zwei Stunden 31. Um mal Joschas Kompetenz zu zeigen in der Hinsicht. Auch da kommt keiner hin. Also... Wir wollten spielen Edge of Antares 2 HD-Elektionen. Habe ich das richtig verstanden. Bitteschön. Soll ich das nächste Spiel, das ich geil finde? Ah, guck mal. Da kommt also niemand hin. Außer Joscha, der direkt daneben ist. Oh, 0% Frames droppt. Nicht schlecht. Da bin ich jetzt überrascht. Gut. Gehen wir mal wieder rüber. Freunde und Chat, ich glaube ich müsste dich noch als Freund hinzufügen. Also ich nicht. Mich oder Tisch? Wieso? Wieso? Weshalb? Was machen wir denn eigentlich? Wir spielen jetzt eigentlich Six of the Dead. Ja, eigentlich, warum macht der das gerade? Warte. Also ich möchte mich dir noch als Freund... Es gibt keine Freunde, die haben. Ja, nee, aber kannst du einfach mal... Warum habe ich von 200... 250... Ach, man kann maximal 250... 200 Freunde haben. Genau, 60 seconds. Ey, doch, du kannst mehr Freunde haben. Ja. Kannst du im Steam Level schreiben. Okay, ja. Ah, okay. Echt jetzt? Ja. Und kannst du noch zustimmen kurz? Aber das müssen wir uns jetzt erst durchlesen. Ne, du setzt die einfach grad mal so auf den Schoß hin. Also nein. Und dann einfach mal zustimmen jetzt bitte. Bei Receiving. Einfach mal zustimmen, bitte. Du schändest Zeit. Warum denn? Weil es... Also jetzt erkläre mir mal jemand... Ach, ist das das dumme Spiel? Oh, das ist aber scheiße. Du bist scheiße. Ihr seid scheiße. Ich guck dir nochmal an, dumme Sau. Ach, stimmt. Das ist super langweilig. Echt? Du findest es langweilig? Ja. Bei dir ist einfach nichts lustiges passiert. Das langweiligste Spiel ist der 100. Also... Weil du lesen musst? Weil du das Gehirn benutzen musst? Ne, weil es einfach... Tobi sagt, er verabschiedet sich nicht. Siehst du? Ich hab sowieso einfach... Ich hab sowieso einfach... Ach, das ist so laut. Ich kann das nicht hier leiser drehen. Das muss mit dem Spiel gerade. Das muss mit dem Spiel gerade... Einstellungen. Siehst du da Einstellungen irgendwo? Ja, Einstellungszeichen. Sag... Ach... Oder so. So. Stream ist das einigermaßen... Ja, das sollte okay sein. Mensch im Chat, sag mal, ist die Musik zu laut? Was ist das hier? Ist das... Das ist Einstellungen. Irgendwer? Bitte? Ich frag das mal. Ich hab sie doch leiser... Ich mach sie gerade leiser hier. Du machst sie jetzt komplett leiser. Ja, das hat schon... Er hat schon im Stream leiser gemacht. Ich hab schon im Stream leiser gemacht. So. Ich hasse meine Fresse über der Kamera. Nicht nur da. Also... Und nicht nur du. Du hast mich eingeladen, du Sack. Ja? Ich hab selber schuld. Ja? Ey, das hat schon mal schlafen. Neues Spiel. Kannst ein neues Spiel machen. Das ist aber langweilig. Du bist langweilig. Klassisch. Du bist langweilig. Du kannst ja mal die erste Runde dann setzen. Ähm... Ne, du machst einfach Apokalypse. Das ist glaube ich alles dann, oder? Alter, das ist super warm auf mir drauf. Es ist hart. Nicht lustige Säcke. Mach mal nicht den hässlichen Tipp. Du kannst jeden nehmen. Und dann die Typen nicht... Aber das ist schon das Richtige, oder? Mit sammeln und so weiter. Ja, ich glaub dir schon. Die sind alle hässlich. Gibt's doch keinen hässlichen Menschen. Nein, es gibt keinen Schützen. Ja, wenn du schwierig machen willst, dann schwierig. Ne, nicht schwierig. Wir sind eh schon scheiße. Aber du fängst an mit sammeln. Weil ich glaub nicht, dass er es hinbekommt beim ersten Mal. Nein, leicht ist zu easy. Lass wenn dann auf normal oder schwierig. Weil schwierig ist dann... Normal. Nein, normal. Normal, 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 normal. Ja, dann normal. Dann passt es schon. Aber die ist immer noch hässlich. Aber er kriegt doch jetzt alles erklärt, mein ich. Äh, ne. Das geht direkt los. Auf ins Abenteuer. Um es dir zu erklären. Es gibt nur zwei. Ich weiß. Ne, wir tun dir jetzt ins Wasser schmeißen. Ich sag nur so viel. Du musst jetzt. Also du hörst jetzt gleich einen Atomenalarm. Aber ich glaub, er stirbt halt dann direkt. Weil ich hab... Steuerung funktioniert nicht so gut. Und du musst jetzt Sachen sammeln, was du brauchen könntest, in deinem Bunker zu überleben. Genau. Und du musst am... Du hast 60 Sekunden Zeit, um dein Zeug einzusammeln. Und danach bist du in den Bunker und musst diese Zeit überleben. So. Ach. Und los geht's. Ach, wie steuere ich überhaupt? Auf BASD und E einsammeln, glaub ich dann. Ja, irgendwie sowas. Ich weiß es auch nicht. Das... Und du solltest halt möglichst Wasser und Essen einsammeln. Ach was. Und deine Familie. Und deine Familie. Aber die kannst du auch draußen lassen. Die kannst du auch draußen lassen, ja. Aber dann vereinsamst du halt. Ja, dann vereinsamst du halt. Ja, dann vereinsamst du und schürfst in Einsamkeit. Achtung, geht doch. Geht nicht los. Da oben geht die Zeit. Achtung. Du kannst erstmal umgucken in deinem Haus und dann sehen, was du mitnehmen willst. Tommy. Und jetzt geht's los. Schnell, Tommy. Du kannst eben nur begrenzt Sachen nehmen. Ich glaub Leertaste drücken, nehmen. In normale Taste? Ja. Ah, okay. Und du kannst eben nur vier Sachen nehmen. Und dann musst du zum Bunker gehen. Und dann musst du zum Bunker gehen. Jetzt musst du zum Bunker gehen. Ab zum Bunker. Genau da hinten ist der Bunker. 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 Dann die Frau reinschmeißen. Die Frau nimmt die Frau. Nein. Ich find's schön, deine Tochter ne, wenn du die mitnimmst. Ja, die wird auch sehr lustig. Dann Gasmaske ist auch ganz gut. Ja, Wasser mitnehmen. Nee, du bist auch doch. Nee, nee, die ist zu schwer. Oder auch ein Gewehr. Aber das kannst du nicht mitnehmen. Nee, jetzt. Schnell, schnell, zum Bunker. Zum Bunker. Die Axt. Oder sowas. Zurück, 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 zurück. Nee, nee. Der stirbt nicht. Der stirbt nicht. Es geht einfach nicht vorbei. Nee, nee. In den Bunker. In den Bunker. Spring rein. Bleib, bleib, bleib. Du musst auf dem Punkt stehen bleiben. Sonst klubst du mich auch noch mit. Ah, okay. Okay. So. Du hast nicht danach nicht wiederbekommen. Das ist lustig. Du darfst, das erste was du machst, ihn jetzt nicht zu essen oder zu trinken geben. Weil sonst reicht dir den Vorrat nicht. Aha. Oh. Sag doch, dass ihr das Spiel nicht seht. Oder? Ja. Ah, haben sie gesagt. Ich war nur zu langsam. Eieieieiei. Ich sag doch, zwei Minuten Verzögerung im Chat. Zwei Minuten? Ja, es waren doch. Waren zwar 60 Seconds, aber... Zwei Satz. Ja. So, jetzt erstmal den Tag. Also, äh... Genau. Was kam? Falltür des Bunkers geöffnet, waren eine bereits gefüllt und du hast eine Karte bekommen. Wo muss er nochmal neu starten? Jetzt weiß er wie es geht. Und... Ja. Das geht auch so. Ne, er muss jetzt mit den Sachen auskommen. Okay. Nein, ich meine jetzt, weil wir es nicht gesagt haben. Das passt ja alles. Genug Wasser für alle. Sie werden rationieren müssen. Knapp. Ja, deshalb können wir... Tag an. Es. Viert. Weiter. Ja, ich nehme mal die andere, die kleine... Nichts geben den Leuten. Einfach weitermachen. Die kleine nochmal seine. Die sind satt. Kleine. Kamera seine. Achso. Schwierig, den Mut nicht zu verlieren. Wir hoffen, äh... Genau. Upsa. Ja. Also nach einem Tag, also da kann man schon mal Hunger leider und ein Drei-Tage-Bad haben. Man muss sich nur füttern, wenn die sagen, sie hätte gerne Hunger oder sowas. Dann Mary scheint darauf. Hoffentlich bleibt es so heute gut drauf. Ja, weil die Tochter kriegt auch ab und zu mal Anfälle und sowas dann. Und wird auch... Spoiler. Nicht so hart. Ach du, ja. Weil sie halt Teenager ist. Die Tochter ist nicht dabei. Die konnte dann immer tragen, oder? Doch. Hat er noch mit? Ja, ja. Ah, okay. Geht nicht weiter. Du musst den Pfeil treffen. Guten Morgen. Kannst... Immer noch... Hat keiner Hunger von denen und keiner Durst, weil du hast so wenig. So, ah! Ein Ausflug. Ja, dann... Das Ödland ist keine Herausforderung für Mary Jane. Äh, du musst einen aussuchen. Achso. Ja. Boah, jetzt muss man ihn hier lesen. Nimm Timmy! Nimm Timmy. Niemand mag Timmy. Wenn er stirbt, ist es egal. Ah, da muss ich ja fast hier... Ah ne, Rucksack dann. Exhibition vorbereiten, genau. Rucksack. Ja. Ne, brauchst du nicht. Das kannst du dann gleich nochmal machen. Ah! Besser. Na du Gnom. Hm? Ach, du schaffst Bomben. Okay. Das ändert sich doch dann immer, je nachdem, für was du dich entscheidest. Nicht. Ja. Ja. Ja, der Rest hat abgemacht, weil wir kein City Skylines mehr haben. Ne, weil ihr schon mal darüber das Spiel gehatet habt. Ist ja auch langweilig. Ja, ne, aber das machst du nicht, weil dann verlierst du dich alle Zuschauer. Und zwar instant. Ohne Spaß. Das ist ja auch sowieso egal, weil um fünf nach die zwei was anschauen wollten und die sowieso nur random mitmachen. Ach so, ja. ja, den kannst du mal allen eine Ration Wasser geben. Gibt halt jemand draußen? Ne. Du musst dann auf die oben klicken, auf die Wasserflaschen. Oh, das weiß ich aber auch. Ja. Auf die Wasserflaschen. Super brauchen die Suppe brauchen die nicht. Die kriegen erstmal nur Wasser. Weißt du, wir können auch nicht mithalten mit Germany's Next Top Model. Ne, das ist einfach, wir haben zu wenig tippen. Likes reichen einfach nicht. So, jetzt kannst du aussuchen, wer rausgeht. Nimm den Jungen. Der Junge, der ist immer ganz lustig. Und du kannst auch auf die Hand klicken, dann kann er noch was mitnehmen. Jo. Und hoffen, dass er zurückkommt. Ach so. Ja, ja, die verschwinden da manchmal. Der ist ja schon unterwegs. Ja. Du hast aber dafür einen weniger, der dann halt... Fett beschwert sich heute nicht. Alles klar. Sehr gut. Zumindest nicht viel. Nö, das ist... keiner hat sich beschwert. Uh, ich habe ja eine Karte. Oh, ich hätte ihm ja noch eine Karte mitgeben können. Ja, nö, wir können schwören, dass ein Größenverziffer nicht da war. Das ist... Mit Karte? Karte. Jetzt verliest du deine Karte. Ah. Ja, du hast... Du hast... Da stand dran, jetzt ist Bunker ist nass und... Jetzt hat die Karte verloren. Aber ich sehe sie noch. Nö, ja, die kann es aber nicht mehr benutzen, glaube ich. Hm. Ja. Ja. Da sind wieder drei. In Anbetracht ist... Ja, äh... Hat er nicht gesagt, dass er ein bisschen hungrig ist oder so? Ne, ne. Ne, hat er nicht gesagt. Ah, gut zu gehen. Ja. Auch wenn die Welt vor dir rum geht. Ja. Ja. Ja, wir haben... Siehste, ich wollte das noch mitnehmen, aber nein. Es kommt aber gar nicht schön viel grad, du. Ja, das... Erst das Wasser, jetzt die Kakerlaken. Und die Fliege fliegt schon die ganze... Kann man, glaube ich, die nicht draufdrücken. Ja, du hast jetzt, glaube ich, dann verlierst du auch irgendwann dann... Geht mutierte Kakerlaken. Wunderbar. Ich glaube, die Kammer nämlich immer so trifft. Toll. Die sind ja riesig. Da sind die noch... Über Kakerlaken. Wir sind verloren. Wir fühlen die ganze... Wo ist was damit ist? Ja. Jeder kriegt dann noch ein bisschen Wasser. Also, hatten sie Hunger? Nee. Nö. Dann? Wasser geht halt bald. Ja. Aber der kann ja der Junge vielleicht was mitbringen. Ja. Gucken wir mal. Wenn er wieder kommt. Er hat sogar ein Schild. Wir kommen in sieben. Tag sieben. Ja. Immerhin. Also. Geht ja immer noch ganz gut. Oh. Jetzt muss ich noch was... Ja. Das ist... Gibt's denn einfach mal eine Suppe? Immerhin habe ich ja von allen drei. Also, hey. Gibt's denn einfach mal eine Suppe? Immerhin habe ich ja von allen drei. Ein Radius? Das Radio wäre hilfreich. Haben wir nicht. Ja. Brauen wir nicht. Brauen wir nicht. Alles diese neumodische Kram. Wie wird mir die Hand nach vorne machen, dass man die Hand hat? Hm? Wie wird mir die Hand nach vorne machen, dass man die Hand hat? Unwissenheit ist ein Siegen. Ja, das stimmt. Ein weiterer Tag in Ahnungslosigkeit wird dann auch nicht zum... Keine Sorgen. Niemand wird Sorgen. Ja, die ist gerade leider aus. Ja, leider ist die Maske gerade nicht mehr da. Ich warte auch noch auf die Rückkette. Täglich. Jetzt müsste er irgendwann auf die Sohn zurückkommen. Ah nein. Oh, die ist krank. Ja. Alle krank. Alle krank wegen der Kachelaken. Wasser. Drain zu besorgen. Wasser für... Da hat sich etwas Fieses eingefangen. Und es hat sich mit etwas identifiziert. Alle krank geworden. Infiziert? Ja. Ich muss ja, ne? Ja. Wir haben leider keine Medizinkit. Ja. Das war jetzt dann. Mit Wasser. Ja. Physiklehrer und Chemischule doch recht. Ja. Zwei weitere Kakerlaken. Die Mistviecher werden auch immer mehr. Oh. Telefon. Telefon. How? Ja, das ist dann... Vielleicht kommt er nicht wieder. Oha. Jo. Äh... Gut. Dann... Mach mal weiter. Das klang auf jeden... Jetzt ist auch der letzte weg. Was? Ja, ja. Wer soll nach Raum gehen? Ja, das ist halt das Klingeln davon. Äh... Abhoben. Wir konnten den Anrufer von... Äh... Ob hat man hören? Sie stellten... Äh... Wir hatten gerade begonnen, Informationen auszutauschen und... So. Ja. Einmal ein Problem, ne? Weiter. Jetzt nochmal irgendjemanden auswählen, aber die sind... Schon wieder? Ja. Das muss ja schon wieder eine zum Telefonieren gehen. Achso, das war's. Ja. Jetzt verstehe ich das. Das musste ich nicht. Büssten Sie dann nicht irgendwann irgendwelche Strahlenkrankheiten kriegen? Die Situation ist ja überraschend erreicht und wir sind schnell ans Telefon gegangen. Wir waren begeistert. Die Stimme eines anderen zwei. Tomatensuppe im Rosenagent. So. Und jetzt muss ich irgendeinen sterben lassen, ne? Ted sollte bald etwas trinken. Ja, lass mal Ted was trinken. So. Und die anderen zwei? Ja, nö. Das muss... Ich glaub, Timmy kommt nicht wieder. Nee. Mary Jane fühlt sich fantastisch. Dann schickt die Tochter dann. Ja. Danach. Ja. Naja, du hast jetzt das bei der Exploration vorbereitet. So, wir haben da nichts mehr. Nö. Jetzt ist es dann vorbereitet und jetzt... Kannst du echt die Kakerlaken mit dem Gewehr abschießen. Du kannst dich aber vielleicht totknüppeln. Das wäre ja mit der Suppe. Ja, das wird, stimmt. Das wird doch mit einer leeren Dose gehen. Hey, sie lebt ja noch. Ja. Ohne Wasser. Denz könnte etwas Ernährung und Nahrung vertragen. Ich glaub, Jen nicht, und wir müssen hier etwas zu trinken suchen. Und zwar schnell. Okay, ja. Tets Magenknot. Mary Jane ist da. Ja, sie. Oder? Nee, Mary Jane ist die Tochter. Ja. Die Tochter braucht das. Die geht ja heute raus. Die Tochter geht ja heute raus, ja. Nee, ich hab doch die alte raus. Also, nee, nee, musst du gleich entscheiden dann. Dann schicken wir einfach die Tochter raus. Ja. Wir schicken die Tochter. Wem gebe ich jetzt noch was zu trinken? Die Tochter, weil die wollte noch was zu essen, glaube ich. Tett wollte auch was zu essen, glaube ich. Und die Tochter wollte was zu trinken. Nee, die kriegt aber nichts mehr. Aber dann habe ich nichts mehr. Ja, die geht raus. Die holt jetzt neu. Ja, dann schickt sie raus. Aber die ist dann halt geschwächt, wenn sie raus schickt, ohne Wasser. Ja, gut dann. Wenn die verlierst. Ja, aber... Nee, du machst so weiter. Äh, nein! Die Tochter wolltest du gerade rausschicken. Ich brauche. Ich brauche. Schild. Ja. Wasser, Delo. Nein. Wer, wer ist das? Ja. Es gibt nur drei Namen. Ja, ich kann mir trotzdem keinen Namen merken. So. Ja, du musst erst mal wieder auf die Exhibition klicken und dann kannst du es erst am nächsten Tag wieder machen. Was? Müssen wir raus. Es wäre Sicherheit gegangen, anstatt mehrere Proben. Wir hoffen, tappen so da. Ja. Nur Kontakt auf mehr Proben. So. Tja, die Tochter ist jetzt auch weg. Die kämen schon irgendwie an Wasser... Wir haben gerade... Ach. Wo ist Wasser, wenn es ist? Warte, ich habe gar nicht. Ganz mehr. So. Jetzt muss jemanden rausschicken. Rauss. Ja, er hatte ja auch nichts mehr zu mitnehmen. Nö. Ja. Alles weg. Da sitzt er, der Ted. Ich kann jetzt die ganze Suppe alleine schaufeln. Ja, stimmt. Er hat ja jetzt genug Suppe. Hat das Suppe nicht zu trinken zählt? Ja. Du musst mit 1,75. Nahrungsvorrat. Sofort etwas zu trinken. Ja, gut. Gib ihm halt was zu essen. Ja, gib ihm halt was zu essen. Er wird eh sterben. Das tun wir alle irgendwann. Ja. Die Kakerlaken-Kolonie. Tag wird zehn. Jo. Braucht sofort etwas zu trinken. Ja. Ist ja lustig, wenn jetzt der Sohn wiederkommt. Suppe. Suppe. Das war gerade ein Handel für Wasser. Hä? Nein. Da war doch nichts. Da war gerade... Ja. Brauchst du oder? Und sie hat Wasser mitgebracht. Sie hat Wasser mitgebracht. Hä? Nein. Da stand doch gar nichts. Da stand, gerade eben konntest du noch einen Handel machen. Du konntest die Dosen anklicken und dann hättest du auch noch gegen Wasser handeln können. Aber sie hat Wasser mitgebracht. Hm. Sie hat Wasser mitgebracht. Ja. Da rühre ich einfach um und verschwanden. Hm. Eine Suppe sogar nochmal dann. Na ja. Ja. Ja jetzt. Auf dem Tisch ein Damenspiel gefunden. Boah, was hat die denn alles mitgebracht? Ah, Burgel geheilt. Die ist jetzt sogar gesund. Es ist halt nur fraglich, ob sie bei Verstand ist. Und sie ist wirklich müde. Das heißt, das kann man jetzt fraglich auf eine Mission schicken. Ich würde gerne etwas gerne essen. Ja. Ja. Ja, geht sowieso nichts. Du kannst keinen. Weil... Ja, genau. Und jetzt kannst du mal die Suppe anklicken. Ah. Genau, das war gerade eben auch nochmal sowas. Ah. Genau, das war gerade eben auch nochmal sowas. Ich würde wirklich gerne etwas essen. Ja, schaut eh keine. Wir können auch abbrechen. Ah. Er hat gleich kein Essen mehr. Ja. Ja, das... Den lassen wir noch. Tag 21. Das lustige ist, ich habe noch nie jemanden sterben gehabt. Aber ich. Ja. Und das in deiner ersten Runde. Das zeichnet dich aus. Da haben schon auch schon welche gekonnt. Gerne etwas trinken, oder? Essen? Warum? Alter. Die fressen, 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 ey. Was ist das? Fraglich ist, ob sie voll verstanden ist. Stimmt. Machen wir mal weg. Gucken, was da passiert. Echt? Ja, dann mach trotzdem. Willst du in einer Welt leben, in der deine Kinder weg sind und sowas dann? Aber ich muss auch sagen, ich habe auch mal... Bei mir sind die Wände dann am Anfang gestorben, bevor ich in den Bunker gegangen bin. Mhm. Oh, 22 Tage ist schon... Ja, das Problem ist halt auch, dass der Sohn direkt schon mal bei der ersten Mission gestorben ist. Ja. Kann keine. Ja. Warum kann ich die Katze nicht rausnehmen? Die hat eine tragende Rolle. Aha. Das ist schön. Ja. Ja, Wasser kann da was. Achja. Ja, das ist... Geht ja sowieso nicht. Probieren wir nochmal. Ja. Ja, gib ihm Wasser. Weil du bist gerade am verrückt werden, also von dem her. Kommt die Tochter vielleicht irgendwann wieder? Ja. Es tut deine Faser, wenn der alleine ist, nicht irgendwann mit so... Socken im Syncrum sitzen. Oh, guck mal. Ja. Aber du hast keine Nahrung mehr. Ja, aber das macht ja nichts. Du hast auch kein Wasser mehr. Oh. Oh. Eine Radio schenkte. Ja, und noch ein Radio. Aber halt... Ich finde es gut, ab und so das Radio einzuschalten. Als Erinnerung. Und eine Dose. Hat die Hunger? Ne, die hat doch gar keinen Hunger. Braucht gar nichts. Sie braucht Wasser. Kriegzeug. Ja, geht sowieso nichts. Schau mal das Radio an. Müsst du gleich hier, ne? Ich glaube, jetzt ist es so wahnsinnig, wenn die so da sitzt. Kann man jetzt eigentlich nichts mehr mit dem Sektionspray machen? Ich glaube, ne, jetzt ist es schon zu spät. Schon zu spät. Ah, sie hat sich ausgeruht. Eine Weile lang nichts vergessen, aber sie hat sich ausgeruht. Äh, Suppe geben. Ja. Ja, sehr gut. Kann die dann am nächsten Tag, kann die dann... Ja. Wurscht. Vielleicht kommt dir die Tochter nochmal wieder. Ja. Ja. Komm. Mach mal. Komm. Du bist eh verrückt. Ja. Tag 26. Oh. Ist das nicht schön. Hier scheint alles in Ordnung zu sein. Kannst du mal gucken, was du mitnehmen kannst? Schachbrett. Jawohl. Ja. Ja. Das nimmst du mit. Ja, natürlich. Gut ist, jetzt kommt glaube ich nichts. Ende. Ende. Ja. Ne, sie stirbt jetzt glaube ich dann. Also kannst du mal gucken? Ja. Oh, guck mal. Wanden wir heute morgen wieder vor unserem Bunkerrissen. Verdächtigere als jemand. Kampf gegen die Blut. Ja. Timmy hat das nicht so geschafft. Oh, Radioübertragung oder was? Ja, die ganzen, da war ja keine Radio da. Wo ist eigentlich der Kuchen hin? Der ist der Kuchen. Ah, der Bunker wurde. Der Kuchen. Der hat er gegessen. Okay, ja. Tatsächlich. Ich hab einen Monat überlebt. Ja. Also. Und was soll ich jetzt davon? Geil. Du wurdest vertrieben sogar. Ja. Ja, Entscheidungen. Nein. Vier von sechs. Äh, fünf. So. Ja. Ja, jetzt kannst du auch mal stoppen. Dann. Ja. Da braucht man keine Verabschiedlung. Tschüss. Den kann man auch nicht. Tschüss. 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 Tschüss.